Wir kommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 125, vom 12. Januar 2019, live, nicht ganz, aber live für die Zuschauer hier vor Ort in Hallstatt. Ist das eigentlich, wahrscheinlich wohnen die gleich alle, wenn ich sage Vorort von Bamberg? Ist das nicht sogar offiziell noch Bamberg oder habt ihr eine eigene Gemeinde? Eigenstadt? Wow. Also von Bamberg, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt von Bamberg. Wir sind in Hallstatt. Wir sind in Hallstatt halt. Period. Wir haben das nur so ein bisschen erklärt, wo das ist. Ihr habt ja vielleicht… Grob, also ganz grob. Genau. Wir waren auch heute schon in Bamberg, wir haben sogar schon ein Gefühl dafür, das sind einfach völlig andere Welten. Das muss man sehen. Genau. Ja, willkommen zur Lage live. Es ist immer wieder einfach wunderbar, mit euch zusammen im Saal zu sein, gemeinsam quasi zu podcasten. Und wir haben auch für euch gleich noch ein kleines Special, denn es soll jetzt nicht nur quasi das Zuschauen sein bei einer Aufzeichnung. Wir machen nach dem Teil, der hinterher als Podcast veröffentlicht wird, noch so eine kleine Fragerunde. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr schon während der Show eure Fragen schicken an team-at-lagedernation.org. Ich gehe mal davon aus, die meisten von euch haben ein Smartphone dabei. Ganz wichtig, die Frage bitte schön kurz und knapp nur in die Betreffzeile. Also keine Romane, denn wir müssen das dann nachher so durchscrollen und gucken, welche Fragen wir beantworten können. Genau, also kurz eine Frage in die Betreffzeile bitte an team-at-lagedernation. Und dann machen wir nach der eigentlichen Show noch so, keine Ahnung, 10, 15 Minuten Fragerunde. Genau, die gibt es dann für die Abonnenten und Abonnentinnen von Küchenstudio Plus. Also von dem Zusatzangebot, dem werbefreien, was man sich für 49 Queetsch-Euro im Jahr oder 5 Euro im Monat klicken kann. Oder Küchenstudio slash Plus. Dann, bevor es losgeht, noch kurzer Hinweis auf unser Newsletter, der so ein bisschen aufgewertet wurde, weil wir da natürlich... Bisschen? Ah, na ja. Na komm, also ich finde es schon... Du bist da stolz drauf, ne? Was heißt stolz? Aber ich finde, das ist eigentlich eine ganz schöne Idee. Wir schicken jetzt mit dem Newsletter ja jede Woche einfach die Links rum, die wir recherchiert haben, um die Lage der Nation vorzubereiten. Also wenn ihr so wollt, unsere Quellen im Podcast-Jargon nennt man das ja auch die Shownotes. Also die gibt es natürlich auch bei uns auf der Homepage. Aber wenn ihr Lust habt, das mal so ein bisschen nachzulesen, worum es gehen soll, vielleicht mal reinzuklicken, dann ist das ja gerade unterwegs, wenn man irgendwie, keine Ahnung, in der U-Bahn sitzt oder im Zug oder so, ist es ja viel praktischer, wenn man das in der Inbox hat. Also jedenfalls ist so ein kleiner Zusatz-Service und da haben sich auch schon ein paar hundert Leute angemeldet. Ja genau, also es gibt es natürlich auch, also das ist letztlich identisch mit dem, was auf der Webseite steht und in den Shownotes, in Podcast-Playern. Aber irgendwie gibt es halt auch mal, als Newsletter kann man sich angucken unter deragentation.org slash Newsletter kann man abonnieren. Genau. Genug der Vorrede? Denke ich auch. Genau, wir kommen zum ersten Thema. Wir haben so ein bisschen überlegt, ob wir das nach vorne ziehen sollen. Einerseits, was dafür spricht, ist, die ganze Republik redet drüber. Wir halten das für ein bisschen aufgeblasen und überbewertet. Haben uns aber dann sozusagen mit dem Flow dazu hinziehen lassen, das zum Aufmacher zu machen. Ja genau, und wir haben auch vor allem, glaube ich, eine ganze Reihe von Punkten gefunden, die man daran sehr schön aufhängen kann, die man an diesem Beispiel erzählen kann. Genug der Vorrede, wir reden nochmal über den Polit-Hack, den sogenannten, der ja eigentlich gar nicht so ein richtig großer Hack war. Ja, war kein großer Hack, es waren halt mehrere kleinere Hacks, kleinere Einbrüche, wenn man so will. Betroffen sind 994 Personen, vor allem eben aktive und ehemalige Mandatsträger. Gibt wohl so, Pi mal Daumen, 50 gravierende Fälle. Größere Datenpakete sind da drin, Chatverläufe, Fotos von Pässen und Korrespondenzen. Opfer sind halt Robert Habeck, über den wir noch reden, Jan Böhmermann, Steinmeier. Unser Bundespräsident immerhin. Unser Bundespräsident immerhin. Und genau, die wurden gehackt, ein paar YouTuber. Wir hatten da in der letzten Lage schon mal ein bisschen drüber gesprochen. In dieser wissen wir halt eine ganze Menge mehr. Das Bundestagsnetz ist nicht spezifisch betroffen. Was heißt das? Genau, also es gab ja schon einige Hacks, wo der Bundestag angegriffen worden ist, mutmaßlich wohl von russischen Hackern und wo sich auch Sicherheitslücken bemerkbar gemacht haben, die eben quasi besonders dieses Bundestagsnetz anfällig gemacht haben. Das war dieses Mal aber nicht der Fall. Also ganz am Anfang, als dieser Hack so auftauchte, konnte man den Eindruck gewinnen, es sei wieder ein Bundestags-Hack. Das ist diesmal aber nicht der Fall. Das wollten wir einfach nur richtigstellen. Es sind natürlich viele Leute aus dem Bundestag betroffen, aber es ist dieses Mal kein Problem der Bundestags-IT. Die Bundestags-IT hat zwar auch viele Sicherheitsprobleme, aber die sind in diesem Fall nicht ausgenutzt worden. Stattdessen war wohl bei den allermeisten Hacks ein E-Mail-Konto das Einfallstor. Also da habe ich so gerüchteweise gehört, dass es bei GMX irgendwie ein Problem geben soll mit dem Passwort zurücksetzen. Da muss es wohl Möglichkeiten geben, da in bestimmten Konstellationen an fremde E-Mail-Konten ranzukommen. Was es ganz genau ist, habe ich leider nicht rausfinden können. Aber jedenfalls, also wer da bei GMX ist, sollte vielleicht besonders vorsichtig sein. Und dann muss man wissen, oft wurden gar nicht die Politiker selbst gehackt, sondern ihre Partner, ihre Kinder, ihre Freunde. Also zum Beispiel im Fall von Robert Habeck, dem Vorsitzenden der Grünen oder einem der beiden Vorsitzenden der Grünen, dessen Facebook-Chats mit seinen Kindern ja öffentlich gemacht wurden. Da war es zum Beispiel nicht der Account von Robert Habeck selber, sondern das waren irgendwie die Accounts seiner Kinder, die da geknackt worden sind. Und ja, kommen wir gleich noch zu, wie man das bewerten kann. Dann hatten wir ein bisschen schon in der letzten Woche die Rolle des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, sagen wir mal angesprochen, basierend auf den mageren Daten, die wir damals hatten. Weil die ja schon, sagen wir mal wohl, wie sich jetzt rausstellte, relativ früh von diesen Veröffentlichungen, diesem Adventskalender auf Twitter, wo der Täter nach und nach jeden Tag Links veröffentlicht hat zu Servern, auf denen diese Daten dann eben abgelegt waren zu ganz bestimmten Themen oder Betroffenen. Da muss man wohl sagen, ja, das BSI war früh informiert, sie haben aber das große Bild irgendwie nicht gesehen. Ja, ganz genau. Da finde ich, gibt es im Englischen so ein sehr schönes Bild, das dieses Problem sehr schön, finde ich, deutlich macht, nämlich Connecting the Dots. Also quasi die einzelnen Informationspunkte so verbinden, so ein bisschen wie bei Malen nach Zahlen, dass sich im Grunde ein großes Gesamtbild ergibt. Und das ist so ein bisschen das Problem. Das BSI hat zwar gewusst, ja, hier ist was geleakt worden, da ist was geleakt worden, aber sie haben eben nicht gesehen, dass dahinter quasi ein planmäßiger Massenleak statt. Jetzt sagt das BSI, dafür sind wir aber am eigentlichen Kern nicht zuständig. Not our department, weil wir ja sozusagen für Aufklärung und die Sicherheit der Bundesnetze zuständig sind, wenn da aber private E-Mail-Konten von Politikern gehackt werden, sind wir dafür nicht zuständig. Trotzdem muss man sagen, wenn sie davon erfahren, dann können sie nicht einfach schweigen. Sie haben die, glaube ich, auch nicht informiert, viele der Betroffenen. So hört man jedenfalls. Wir haben uns mal so ein bisschen umgehört im Bundestag. Also da, vielleicht ist diese Kritik am BSI in Teilen etwas überzogen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber es ist schon so, dass es im Bundestag eine enorme Unzufriedenheit gibt mit der Leistung des BSI. Selbst wenn die nicht formal zuständig sind, wäre es halt einfach schön gewesen, wenn die sich in diesem Fall da wenigstens informierend an die Betroffenen gewandet hätten. Also das wirklich Neue ist jetzt ja, dass man dem Täter auf die Schliche gekommen ist. Das ging los, dass die Wohnung eines 19-jährigen Zeugen durchsucht wurde. Jan Schürlein, der hatte sich auf Twitter gemeldet und signalisiert, dass er offensichtlich was weiß. Das hat das BKA, das Bundeskriminalamt, dann mitbekommen und hat dann seine Wohnung durchsucht. Und daraufhin hat Schürlein eben mehr oder weniger ausgepackt und wohl Hinweise gegeben auf den dann wirklich letzten Täter. Ja, was ist das Interessante daran? An dieser Stelle kann man das nochmal deutlich unterstreichen. Es können eben nicht nur die Wohnungen von verdächtigen Personen durchsucht werden, sondern es kann durchaus auch die Wohnung von Zeugen durchsucht werden. Nämlich, wenn diese Durchsuchung zum Auffinden von Beweismaterial möglicherweise führen kann. Das wissen viele Menschen vielleicht gar nicht. Also wenn bei irgendwem die Wohnung durchsucht wird, dann muss das nicht zwingend heißen, dass sich dieser Mensch, diese Menschen selbst etwas haben zu Schulden kommen lassen oder dass sie auch nur in einem Tatverdacht stehen. Es kann eben auch sein, dass man einfach nur bei ihnen Beweismaterial finden will oder dass man auch zum Beispiel eine gesuchte Person dort glaubt, auffinden zu können. Das finde ich ganz interessant. Und das war auch so ein Thema, das den Jan Schürlein sehr bewegt hat. Der hat nämlich die ersten ein, zwei Tage, nachdem bei ihm durchsucht worden ist, vor allem versucht, Meldungen aus der Boulevardpresse wieder einzufangen, dass er selber der Tatverdächtige sei. Er hat immer wieder gesagt, nein, bei mir wurde durchsucht, aber ich war Zeuge. Jetzt ist er ja mit ziemlich viel Hass überschüttet worden, weil er einen Tipp gegeben hat, der dann dazu geführt hat, mindestens einen Tipp, dass der Täter eben gefasst wurde. Da kann man nur sagen, Leute, denkt mal nach. Denkt mal nach. Kann das wahr sein? So, der Junge weiß von einer, von einer mindestens einer Straftat, natürlich informiert man die Polizei. Ja, oder? Und natürlich, und das ist ehrlich gesagt auch eine Bürgerpflicht oder eine Bürgerinnenpflicht natürlich auch, Informationen, die man hat, als Zeuge preiszugeben oder als Zeugin, sofern man nicht im Ausnahmefall bestimmte Zeugensverweigerungsrechte hat. Das gibt es ja auch, oder Auskunftsverweigerungsrechte, aber im Normalfall muss man selbstverständlich aussagen. Und sonst macht man sich in bestimmten Konstellationen auch selber strafbar. Also in Betracht kommen zum Beispiel Strafvereitlungen, wenn man also Dinge weiß und die der Polizei nicht sagt. Wo würdest du denn die Grenze zum Denunziantentum ziehen? Das ist eben das große Problem. Denunziantentum betrifft, denke ich, vor allem die Situation in autoritären Regimen, wo quasi moralisch legitime Kritik von irgendwelchen Diktatoren kriminalisiert wird. Und wenn man dann Leute eben quasi in einer illegitimen Weise ans Messer der Staatsgewalt liefert, dann würde ich denken, ist das ein Teil von Denunziantentum. Aber nicht, wenn man in einem Rechtsstaat jemanden, dem jedenfalls mal im Grundsatz zu Recht ein Vorwurf gemacht wird, der der Polizei mitteilt. So, also da kann man nur dazu aufrufen, lass den Jungen in Ruhe. Apropos aufrufen, ich möchte dazu aufrufen, den Strom anzuschalten. Achso, ja, das habe ich vorhin schon mal getestet. Strom haben wir nicht, ne? Doch, doch, ich habe Strom. Echt? Aber du musst da mal ein bisschen wackeln. Ach, du hast, pass mal auf, du hast das ja auch in den Wackelkontakt gestellt. Ach, da habe ich was völlig falsch gemacht. Das kann ja keiner ahnen, diese Steckdose hat keinen Strom. Pass auf, nimm mal den mittleren. Ich habe das vorhin durchgetestet. Der äußere hat einen Wackelkontakt. Ah ja, das ist ja gut zu wissen. Ja, genau, hätte ich dir sagen können. Ja, der Mittel hat leider auch einen Wackelkontakt. Nee, da musst du wackeln. Achso, da muss ich wackeln. Ja, stimmt, richtig. Wenn man ein bisschen wackelt, dann wackelt es und dann geht es auch da. Sehr gut, ich habe noch Strom. Ja, ich habe auch Strom. Ja, wunderbar. Und die Lichter sind auch noch an. Sieg wunderbar. Nehmen wir auch noch auf, Philipp. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja den mir rausgesucht, der keinen Wackelkontakt hat. Ah ja, guck mal. Du bist ja ein Genießer. Herzlichen Glückwunsch. Also, ansonsten alles im grünen Bereich. Alles im grünen Bereich. Alles im grünen Bereich. Nimm es nicht persönlich. Aber auch Geständnisse können falsch sein. Wir nennen ihn den mutmaßlichen Täter. Es ist also ein 20-jähriger Tatverdächtiger festgenommen, der halt unter diesem Twitter-Handle Orbit die ganzen Sachen veröffentlicht hatte. Schüler aus Mittelhessen, wie gesagt, ist wieder freigelassen worden, weil keine Fluchtgefahr, wohnt bei Eltern, Mama und Papa. Keine Fluchtgefahr. Und der zweite Grund, weswegen man grundsätzlich mal in den Untersuchungshaft kommen kann, ist ja die sogenannte Verdunkelungsgefahr. Nämlich, wenn zu besorgen ist, dass der Täter, wenn er draußen frei rumläuft, zum Beispiel auf Zeugen einwirkt oder Beweise verschwinden lässt. Und deswegen war es möglicherweise klug, von diesem 20-jährigen Orbit auszusagen. Denn hätte er das nicht getan, hätte er zum Beispiel keine Passwörter rausgerückt oder so, bin ich mir nicht sicher, ob er schon wieder auf freiem Fuß wäre. Seine Verdunkelung könnte man ja auch so ein bisschen, ich habe so ein Bild vor Augen, er wollte das Zimmer verdunkeln, aber das Rollo ist ihm auf den Kopf gefallen, weil er ja versucht hat, seine Festplatten zu zerstören. Ja, aber es muss man sagen, er ist einfach ein gut erzogener ökologisch Bewanderter. Er hat nämlich seinen Rechner brav zum Recyclinghof getragen. Was ich großartig fand. Und dort sind jetzt brave Polizeibeamte dabei, mehrere tausend Festplatten auf dem Recyclinghof durchzugucken, ob die vielleicht vom Orbit sind. Naja, die Zahl war jetzt freigeraten, vielleicht waren es auch nur 50. Auf jeden Fall gibt es da irgend so einen Berg Festplatten beim Recyclinghof und die müssen jetzt alle gecheckt werden. Also, wir haben es am Anfang gesagt, was fangen wir denn da jetzt an? Die Republik ist in heller Aufruhr, ja, Medien über Medien berichten und von einem Kinderzimmer die Republik erschüttert und was sich die Kollegen da nicht alles für schöne Überschriften ausgedacht haben. Und ich glaube, da müssen wir so ein bisschen die Luft rauslassen. Also, es gab in dieser ganzen jüngeren Vergangenheit der digitalisierten Welt schon wesentlich größere Hacks nach demselben Muster, wo ähnliche Daten rausgefallen sind. Nicht nur in Hunderten, sondern in Hunderttausenden-Millionen-Fach. So, ja, und davon waren eben auch viele Deutsche betroffen, Politiker, Yahoo, Facebook, Marriott, das sind so ein paar Hacks, an die man sich alle noch erinnert. Jetzt ist die Aufmerksamkeit halt besonders groß, weil halt ein paar besonders prominente und ein paar besonders reichweitenstarke Menschen betroffen waren. Ja, das ist das eine, glaube ich, was diese Tatserie, muss man ja fast schon sagen, besonders macht. Das Zweite ist aber natürlich auch, dass es eine politische Motivation zumindest zu geben scheint. Das irritierenderweise kann das BKA zwar keine politische Motivation finden, aber der mutmaßliche Täter hat zum Ausdruck gebracht, er ist politisch motiviert. Er hat es aus Frust oder aus Hass auf Politiker gemacht. Und außerdem, muss man ja sagen, sind von diesen Leaks alle Parteien betroffen, mit Ausnahme der AfD. Er hat ja wohl gesagt, er hätte sich geärgert über Aussagen dieser Opfer, über die politischen Aussagen. Und das BKA sagt, ja, politisch motivierte Straftaten sind es trotzdem nicht, denn dafür läge die Latte höher. Da sind dann so Beispiele genannt wie Strommastenansägen von Anti-AKW-Gegnern. Wo ist da jetzt quasi strukturell der Unterschied? Ja, ich glaube, in der Lesart des BKA ist es, wenn die Gefahr für das demokratische Gemeinwesen größer ist. Ja, aber vielleicht ist das auch gerade das große Problem, was es gerne ja auch kritisiert wird, als die Behörden sind auf dem rechten Auge nicht ganz so scharfsichtig wie auf dem linken Auge. Lass ich jetzt mal so stehen. Die Frage ist, okay, also ist es der Megahack? Nein, wir haben einen 20-Jährigen, der hat sich mit mehr oder weniger, sagen wir mal, mit viel Energie und Zeit, mit überschaubarem Technikwissen Zugang zu diesen ganzen Accounts verschafft. Genau, und dann muss ich an dieser Stelle auch mal die Kollegen zum Beispiel loben, wie Patrick Beuth, früher lange bei Zeit Online, jetzt bei Spon, bei Spiegel Online. Der hat also schon sehr früh, als die ersten Ergebnisse so hochpoppten, finde ich sehr scharfsinnig darüber geschrieben bei Spon, dass er quasi anhand der Anzeichen, was ist da geleakt worden, den Eindruck hatte, da hatte jemand nicht wahnsinnig viel Ahnung, aber wahnsinnig viel Zeit. Muss man sich überlegen, fast tausend Dossiers sind da zusammengestellt worden. Und deswegen dachte er und aber auch einige andere Journalisten gleich, nee, das war jetzt kein russischer Geheimdienst, das ist jetzt nicht der, also jedenfalls aus der technischen Perspektive, nicht der Megahack. Das ist einfach im Wesentlichen eine ziemlich umfangreiche Collage. So, was sind jetzt die Konsequenzen daraus? Also die Daten sind im Netz, die Zugänge sind zum Teil, also Twitter und so, das wurde gesperrt, aber die Daten sind natürlich da, wurden runtergeladen, sind auf vielen Servern verbreitet. Die sind wohl nicht mehr wegzukriegen, so, davon würde ich mal ausgehen. Wenn, die Frage stellt sich natürlich, wenn das ein Schüler kann, mit wenig Ahnung, aber viel Zeit, was können dann Geheimdienste mit mehr Ahnung und noch mehr Zeit und noch mehr Geld? Was machen selbstverständlich Geheimdienste, das ist ja deren Job, ja, Informationen sammeln. Ich würde fest davon ausgehen, also ich meine, es gibt ja jetzt verschiedene Theorien, wo die Daten herkamen, die dieser Schüler verbreitet hat. Einiges hat er wohl selber zusammengehackt, also indem man sich in bestimmte E-Mail-Konten, in Facebook-Konten reingehackt hat, aber er hat auch eine ganze Menge im Darknet angeblich gesammelt. Hacken ist immer so, ich verbinde Hacken immer mit, ein Fehler im System ausnehmen. Er hat ja letztlich sich Zugangsdaten häufig beschafft. Ja, das ist gut, dass du das ansprichst. Wir müssen da so ein bisschen, glaube ich, die Begrifflichkeit haben. Also das ist nicht so, dass was bei GMX in der Software oder so ein Loch war, was man irgendwie ausnutzen könnte unter bestimmten Bedingungen, sondern er hat sich, so wie wir das wissen, in aller Regel Zugangsdaten beschafft. Passwörter geraten. Passwörter geraten oder womöglich halt auch aus diesen schon genannten Leaks einfach rausprobiert. Also es gibt ja, ich würde sagen, Milliarden waren von E-Mail und Passwort, die im Netz rumschwirren, entweder im normalen Web oder im Darknet. Da kommt man relativ einfach ran und dann kann man sich halt diese Kombination aus Passwort und E-Mail nehmen und halt bei allen gängigen Diensten durchprobieren. Und wenn der Betreffende oder die Betreffende eben diese bereits einmal geleakte Kombination bei noch mehr Diensten verwendet hat, ja, dann bist du da halt drin, wenn du wenig Ahnung und viel Zeit hast. Genau. Das ist deswegen, da brauchst du also keine besonderen IT-Kenntnisse, sondern viel Zeit. Und wir kommen zu ein paar so anderen, da hat es auch so Social Engineering Sachen benutzt, also da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Aber die Konsequenzen sind es jetzt nicht mehr wegzukriegen. Jetzt ist die Frage Hackback. Das ist ja sozusagen ein Stichwort, was glaube ich, Horst Seehofer oder so ins Spiel gebracht hat. Ja, und ein stellvertretender Unionsfraktionsvorsitzender, den ich bislang noch nicht kannte, vermutlich war das auch der Hintergrund dieses Statements, Thorsten Frei, der auf diese Art und Weise mal in die Zeitung wollte, Thorsten Frei, hat also vorgeschlagen, er hätte gerne die Option, digital gegen die Angreifer zurückzuschlagen, sollte es sich um ausländische oder staatlich motivierte Angriffe handeln. Muss natürlich sagen, in diesem Fall hätte das nicht so wahnsinnig viel geholfen, denn Mittelhessen ist ja immer noch Deutschland, aber Thorsten Frei stellt sich vielleicht vor, es könnte auch mal andere Angriffe dieser Art geben und dann soll eben zurück gehackt werden. Und da kann man sich natürlich zunächst mal fragen, warum will das die Union? Also man stellt sich das ja anscheinend so ein bisschen vor, wie irgendwie im Western. Ja, da läuft irgendwie so dieser Bad Guy, läuft da irgendwie durch das Western-Dorf, dreht an der Trommel seiner Knarre und dann sagt die Union, da müssen wir einfach schneller zielen. Ja, da müssen wir einfach draufhalten und den ausschalten. Und zur Begründung, das finde ich total lustig, ich habe mich da mal so ein bisschen umgehört im Bundestag, was die Unionsabgeordneten da so sagen, wenn man sie mal, wenn man sie fragt. Und die Antwort ist, die Dienste. Die Dienste sagen, wir brauchen das. Und wenn die Dienste das sagen, und die sagen das häufig und die sagen das immer wieder und die sagen das laut und die Dienste sagen, wir brauchen das, deswegen brauchen wir das. Ja, ist ein bisschen naiv, weil natürlich, sagen wir mal, so ein Hackback, also wir werden irgendwie angegriffen und hacken zurück, auf verschiedenen Ebenen schwierig ist. Das eine ist das sogenannte Attribution Problem, also rauszufinden, wem ist dieser Angriff eigentlich zuzuschreiben. Ja, und jetzt in dem Fall weiß man es, ja, oder mit hoher Wahrscheinlichkeit weiß man es, noch ist er nicht verurteilt, aber man weiß es mit hoher Wahrscheinlichkeit. Aber das ist halt selten so. Im Fall zum Beispiel dieses Bundestagshacks. Weiß man es bis heute nicht. Weiß man es bis heute nicht. Man hat eine ungefähre Ahnung, ja, aber die Frage ist, wie sicher musst du dir sein, damit du mit welchen Gegenmaßnahmen auch immer zurückschlagen darfst, ja, und eine hundertprozentige Sicherheit wirst du in aller Regel nicht bekommen, ja. Und ich vermute, dass deine Sicherheit in aller Regel nicht so hoch sein wird, dass sie irgendwelche Gegenschläge legitimieren kann. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Falschen triffst, immer noch zu hoch ist. Ja, und dann muss man sehen, was ist denn der Richtige? Also jetzt stellen wir uns mal vor, das Ganze ist eben doch technisch so ein bisschen ausgefuchster, nicht so wie hier einfach nur Daten ins Netz gekippt, sondern es gibt einen, sagen wir mal, live laufenden Angriff auf irgendwie einen Rechner. Zum Beispiel im Bundestag ist noch jemand drauf auf dem Rechner und zieht da munter Daten ab, so wie das beim Bundestagshack war vor ein paar Monaten. Dann könnte man natürlich sagen, wir schießen jetzt einfach den Rechner ab, der da gerade, von dem aus gerade dieser Angriff auf den Bundestagsrechner stattfindet. Das Problem ist bloß, diese Rechner, von denen diese Angriffe auf den ersten Blick ausgehen, ja, also die Täterrechner, sage ich jetzt mal, die Tätercomputer, sind in aller Regel selber Opfer. Ja, denn die wenigsten Geheimdienste oder Kriminellen werden quasi die eigenen Rechner in ihrem eigenen Netz unmittelbar benutzen, um sich in den Bundestag einzuhacken. Weil sie natürlich auch wissen, da wird schon mal drauf geguckt, sondern das läuft normalerweise so, dass da einfach mehrere Zwischenstufen dazwischen geschaltet werden. Da hackt man erst irgendeinen anderen Rechner, idealerweise irgendwie einen schnellen Rechner in einem Rechenzentrum mit einer guten Internetanbindung. Oder man kann ihn auch mieten, ja, gibt natürlich auch Möglichkeiten, anonymen Rechner in Rechenzentren zu mieten. Und von diesem Rechner aus greift man dann das eigentliche Zielsystem an. Das heißt, mit anderen Worten, wenn man jetzt diesen scheinbaren Angreiferrechner abschießt, dann hat man den wirklichen Täter überhaupt nicht gefunden oder den wirklichen Geheimdienste, man hat dann möglicherweise ein anderes Opfer platt gemacht, dessen Computer für diesen Angriff nur missbraucht wird. Und dann gibt es ja auch neben der technischen Dimension noch eine Rechtslage, die auch nicht egal ist. Hackback ist eigentlich Gewalt gegen IT-Systeme, darf eigentlich in Deutschland nur die Bundeswehr. Bundeswehreinsätze unterliegen relativ hohen Hürden und Bundeswehr im Innern geht in der Regel schon mal gar nicht. Nee, das heißt also, das Hackback geht dann schon mal nur im Ausland und das Problem ist, wo steht denn so ein Computer? Weiß man das so ohne weiteres? Man kann also gewisse Vermutungen anstellen anhand der IP-Adresse, aber so richtig klar ist das nicht. Und auch die internationale Rechtslage ist nicht so ganz einfach, denn Hacking auf dem Gebiet eines anderen Staates dürfte wohl völkerrechtlich verboten sein, sofern der Angriff nicht vom fremden Staat selbst ausgeht. Ja, Problem, siehe oben, Attribution, woher soll man wissen, ob der fremde Staat es wirklich war oder ob es möglicherweise nur ein Krimineller war, der auf dem Gebiet dieses Staates agiert. Und ich meine mal ganz ehrlich, wir würden jetzt ja auch nicht auf die Idee kommen, mit einmal irgendwie, keine Ahnung, Raketen auf Sizilien abzuschießen, nur weil da möglicherweise irgendein Mafiosi seinen Sitz hat. Obwohl es diese Gedankenspiele natürlich auch gibt. Naja, nicht jetzt speziell Sizilien und so, aber natürlich haben sich schon Leute überlegt, in den USA und anderswo und Forscher, können wir nicht auch, sagen wir mal, thermonuklear vergelten bei IT-Angriffen? So, das steht auch, das wird auch, absolut, ich habe dazu, ich war mal, das ist auch schon echt ein paar Jahre her, auf so einem NATO-Treffen in Estland und da wurde das diskutiert, da habe ich auch Interviews zu gemacht und so und auch mit Wissenschaftlern, die da Vorträge gehalten haben, wo eben genau das diskutiert wird. Wie sicher muss ich sein, um bestimmte Reaktionen rechtfertigen zu können? Das kann ein IT-Angriff sein, das kann irgendwie über Netzwerke funktionieren, das kann aber auch ein militärischer Gegenschlag sein etc. pp. Interessant, das wusste ich jetzt noch nicht. Auf jeden Fall gibt es noch ein weiteres, jetzt etwas technischeres Problem mit dem Hackback, wir deklinieren das so durch, weil wir beide davon ausgehen, das wird so ein Dauerbrenner in der innenpolitischen Diskussion. Das ist ja häufig so, wenn irgendwie erstmal eine Sicherheitsbehörde so einen Traum hat, was man sich irgendwie alles noch vorstellen könnte, dann wird das einfach so lange immer wiederholt und Politikern und Politikerinnen eingeflüstert, bis es keiner mehr hören kann und man es irgendwie ins Gesetz schreibt. Und damit das in diesem Fall nicht passiert, weil es glaube ich viele gute Gründe gibt, warum Hackback eine dumme Idee ist und deswegen gehen wir auf dieses Thema mal so ein bisschen genauer ein. Also dann das letzte und vielleicht das größte Problem im Hackback, um zurückhacken zu können, braucht man natürlich Sicherheitslücken, um quasi in das angreifende System überhaupt erstmal reinzukommen und über dieses Thema Sicherheitslücken haben wir glaube ich schon öfter gesprochen in der Lage der Nation. Das große Problem ist, es gibt einfach keine guten und schlechten Sicherheitslücken. Es gibt also keine Sicherheitslücken, die dann mit einmal nur die guten, nur die Bundeswehr oder der BND oder so ausnutzen können, sondern Sicherheitslücken, die man nicht schließt, die können grundsätzlich alle ausnutzen. Also gute staatliche Akteure, aber auch Cyberkriminelle oder böse staatliche Akteure. Und das heißt also, wenn deutsche Behörden solche Sicherheitslücken in die Schublade legen oder auf der Festplatte schlummern lassen, anstatt sie schließen zu lassen, zum Beispiel indem sie beim Hersteller anrufen, bei Apple, Microsoft oder so, dann schwächt das die Cybersicherheit generell. So, jetzt gibt es natürlich auch noch, sagen wir mal, also das ist das Thema Hackback gewesen. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Jetzt gibt es die Idee, Verbraucher gesetzlich zu zwingen, Mindeststandards einzuhalten. So, da kann ich nur sagen, ja, kann man drüber nachdenken, aber, also die Idee ist, dass du halt gesetzlich festschreibst, du musst bestimmte Standards einhalten, sonst wirst du mit in die Haftung gezogen sozusagen. Ja, aber man muss so sagen, das Kind war ja aus dem wahren Leben, Stichwort Gurtpflicht. Ja, oder PIN beim Banking. Wenn deine PIN irgendwie im Portemonnaie auf der EC-Karte oder auf der Girokarte steht, ja, und dir wird Geld geklaut, dann hast du eine Mitschuld, würde ich mal denken. Ja, das ist vielleicht noch ein Spezialfall, weil du ja nicht direkt gezwungen wirst, sondern du hast halt einfach nur bestimmte Nachteile, wenn du es nicht tust, ne? Und welchen wolltest du sagen? Naja, hier bei den Gurten zum Beispiel ist es ja so, dass du direkt ordnungswidrig handelst, wenn du ohne Gurtauto fährst. Ach so, und das ist ja schon zwei. Bei der PIN ist ja nur ein Problem. Gar nicht mal beim Schaden, sondern du hast sozusagen, du handelst einfach auf eine bestimmte Weise und die ist dann schon ordnungswidrig. Also wenn du halt ein falsches, schlechtes Passwort hast oder dein Passwort mehrmals benutzt, dann ist das nur Ordnungswidrigkeit. Also, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen. So weit würde ich noch nicht gehen, aber… Ja, wer weiß es, wer weiß es, was die so alles vorhaben. Also, who knows. Aber ich will mich dieser Idee nicht komplett verschließen, dass auch wir als Nutzer, sagen wir mal, eine gewisse tiefhängende Früchte einfach machen müssen, um Sachen abzusichern. Aber, und das ist ein Riesen-Aber, bevor das gemacht wird, müssen Industrie und Staat ihre Hausaufgaben machen, in die Pflicht genommen werden und wenn das Ding durch ist, dann können wir darüber reden, dass die Verbraucher irgendwas machen müssen. Weil Staat und Industrie sind die starken Spieler in diesem Spiel, die haben Geld, die haben Macht, die haben Einfluss und die müssen zuerst ran. Und da würde ich sagen, ist das, was du eben schon angesprochen hast, ein Punkt, der Staat darf keine offenen Sicherheitslücken sammeln. So, das ist Nummer eins, ja, dass du sozusagen, was ist gesagt, für verschiedene staatliche Tätigkeiten werden heute Sicherheitslücken gesammelt und nicht den Herstellern gemeldet, um sie zu schließen, sondern Anke Domscheid-Berg, Abgeordnete der, nee, es ist die fraktionslose Abgeordnete, ist die, glaube ich, Partei. Nee, sie ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist sie Mitglied der linken Fraktion, aber nicht der linken Partei. So, die hat, wie bei meinem Mitglied auch gesagt, dass es zumindest im Etat bestimmter Dienste Millionen vorgesehen sind, um solche Sicherheitslücken anzukaufen. Das kann man auch bei Netzpolitik nachlesen. Das kann man auch nachlesen, so, und das finde ich, das geht nicht, so, das finde ich, das ist das Erste, man kann sich nicht darüber beklagen, dass die, dass Daten geklaut werden und dann selber dafür sorgen, dass Systeme nicht gepflegt werden, so, das ist das eine. Genau, das ist vielleicht, um damit das, das noch wiederum einen Satz dazu, da ging es nämlich in dem Zusammenhang jetzt um die Frage, sollte der Staat Staatstrojaner einsetzen, ja, also er sollte er sich bewusst in Systeme seiner eigenen Bürgerinnen und Bürger einhacken können, um zum Beispiel strafrechtliche Ermittlungen zu führen. Und da gab es eben dann bei Maybritt immer diese Konfrontation zwischen Anke Domscheit-Berg und dem Staatssekretär und der Staatssekretär hat, das muss man einfach in aller Deutlichkeit sagen, Fake News verbreitet. Der hat also ganz bewusst die Zuschauerinnen und Zuschauer mit falschen Informationen versorgt. Das wissen wir nicht. Der ist dafür zuständig, der weiß das, Philipp. Also lass mich kurz die Sache ausführen, dann kannst du ja das relativieren. Also meines Erachtens hat er bewusst die Zuschauerinnen und Zuschauer mit falschen Informationen versorgt, er hat nämlich behauptet, wenn der Staat sich quasi einhackt in die Systeme seiner Bürgerinnen und Bürger, dann schädigt er damit allenfalls die Sicherheit dieser Systeme. Aber das sei ja in Ordnung, das seien ja schließlich Gefährder und Terrorverdächtige und sonst was. Und gezielte Operationen, die nur sehr wenige betrifft. Genau, das war seine These und Anke Domscheit-Berg hat dagegen gehalten und gesagt, nein, das eigentliche Problem ist, was wir oben auch schon hatten, dieses Offenhalten von Sicherheitslücken. Damit das funktioniert, damit diese Angriffe auf einzelne Kriminelle mit diesem Staatssekretär funktioniert, muss es Sicherheitslücken geben, die bei allen Betroffenen, bei Millionen von Menschen nicht gepflegt werden und offen bleiben. Und das hat er abgestritten. Genau, das hat er abgestritten und zwar mehrfach, das kann man bei Netzpolitik nachlesen, das ist ein richtiger Dialog und da muss ich ganz ehrlich sagen, der Mann ist im Innenministerium schon seit Monaten zuständig für dieses Thema und das ist schlechthin unvorstellbar, dass der nicht längst weiß, wo das Problem liegt. Das ist auch zum Beispiel ja Gegenstand der Verfassungsbeschwerde der Gesellschaft für Freiheitsrechte gegen die Staatstrojaner, da steht es auch ausführlich drin. Wir haben ja sogar hauptsächlich gerügt, dass der Staat die Cybersicherheit schwächt, anstatt sie zu stärken, indem er Staatstrojaner erlaubt. Also man kann sich aussuchen, ob er unfähig oder ein Lügner ist. Das ist, also wenn man ihm sehr wohl gesonnen ist, sagt man, er hat einfach keine Ahnung. Das wäre die positive Annahme. Genau, also das zweite ist halt die Industrie, da haben wir auch schon oft drüber geredet, aber ich denke, wir sollten diese Gelegenheit nutzen hier, um so ein paar Sachen hinzuweisen, wie wir und unsere geneigten Hörer, Hörerinnen uns besser schützen können. Wir haben das auch schon einmal gesagt, nutzt Passwortmanager, also eine Software, die euch A, sichere Passwörter generiert und B, euch dabei hilft, sich die zu merken und C, euch dabei hilft, sie dann auch automatisiert irgendwo einzupflegen und einzugeben. Ja, man verschlüsselt dann oder schützt diese gesammelten Hunderten von Passwörtern dann mit einem dicken Passwort. Das muss dann halt gut sein. Das muss dann halt gut sein. Es ist nicht hundert Prozent sicher, natürlich nicht, aber wenn man guter Passwortmanager benutzt, ist man einen Riesenschritt weiter. Wie gesagt, wir verlinken da mal auch ein paar Artikel und kann man sich auch bei Stiftung Warentest mal umschauen. Da gibt es drei, vier, fünf Softwarevarianten und Produkte, die man sich durchaus angucken kann. Dann gibt es den Hinweis, finde ich, den ich mal noch ganz sinnvoll finde, eine gesonderte E-Mail für ein Passwort-Reset benutzen. Fand ich eine ziemlich smarte Idee. Also das, ne, kennt ihr Passwort-Reset, also ich habe mein Passwort vergessen. Ja, okay, wir schicken dir eine E-Mail, bitte gib deine E-Mail an. So, wenn ich da die E-Mail-Adresse angebe meines Hauptpostfachs und dieses Postfach wird gehackt, weil diese E-Mail-Adresse sehr bekannt ist, etc., pp., dann ist das quasi the key to the kingdom, weil ich dann zu allen Diensten hingehen kann und sage, schick mal Passwort, da geht eine E-Mail ein. Ich habe das Postfach unter meiner Kontrolle, komm überall rein. So, das ist wie so eine Art Passwort-Manager, das Ding, der schlecht geschützt ist. Genau, das ist also keine gute Idee. Keine gute Idee, deswegen wäre die Idee, eine etwas seltsamere kryptische E-Mail-Adresse zu nehmen, sich ein Postfach anzulegen dafür und diese E-Mail-Adresse als Reset-Adresse zu hinterlegen, damit man nicht sofort ausgeliefert ist, wenn diese etwas unbekanntere E-Mail-Adresse dann da, wenn da die Sachen eingehen mit den neuen Passworten. Ja, aber eigentlich, wie gesagt, Philipp, ist das alles nur ein Gefrickel. Auf jeden Fall. Ich glaube, die Lösung ist tatsächlich so ein Passwort-Manager, denn das hat Philipp gerade schon angedeutet, aber vielleicht, um das noch ein bisschen deutlicher zu machen, warum das so cool ist. Also, der speichert eben nicht nur deine Passwörter, sondern der erfindet auch immer neue Passwörter. Also, jedes Mal, wenn man einen Account angibt, sagt man einfach, Passwort-Manager, schlag mir mal ein sicheres vor und dann kriegt man so 20 Zeichen total kryptisch mit einem wirklich sicheren Passwort. Das kopiert man dann eben kurz da rein oder kippt das da so rein in das Passwort-Fach, zweimal muss man es da meistens eingeben und dann kann man sich absolut sicher sein, dass das ein sicheres Passwort ist. Und das speichert dieser Passwort-Manager dann auch zugleich im Hintergrund. Und wenn man dann sich später einloggen will, dann hat man das auf dem iPhone, auf dem Android-Gerät oder im Webbrowser immer gleich griffbereit, muss nur so ein bisschen klicken und dann füllt der Passwort-Manager für einen das aus. Das ist wirklich super praktisch, sollte sich jeder klicken. Wir haben in den Shownotes für diese Sendung mal einen Bericht der Süddeutschen Zeitung, dem wiederum zugrunde liegt, ein Beitrag der Stiftung Warentest. Die haben sich vor zwei Jahren mal Passwort-Manager angeguckt, kann man nachlesen, welche da empfohlen werden. Wir empfehlen ja so aus eigener Anschauung immer ganz gerne One Password, weil es sehr komfortabel ist, muss man sagen, aber vor allem so für die Mac- und iOS-Welt. Wenn man ehrlich ist, ist es nicht ganz billig. Es gibt aber auch eine Open-Source-Lösung. Als wir zuletzt über Passwort-Manager sprachen, haben wir die empfohlen bekommen in den Kommentaren zur Sendung. Ich habe mir die mal angeschaut. Klappt auch ganz gut, nicht ganz so komfortabel wie One Password, dafür aber kostenlos. Und wenn man will, kann man sich den Source-Code angucken. Das ist der Passwort-Manager Bitwarden. Also Bitwarden, genau, packen wir vielleicht auch einen Link in die Shownotes. Gibt es auch für Mac und iOS auf jeden Fall, aber sicherlich auch für Windows und für andere Systeme. Dann gilt aber generell, dass man sich seinen E-Mail-Anbieter sorgfältig aussuchen sollte. Also Gmx würde ich jetzt nicht unbedingt unter meinen... Schein ein Problem zu haben. Sondern es gibt auch wirklich bessere und die auch nicht teurer sein müssen. Mailbox-Org ist so ein, Posteo ist so ein anderer. Die veröffentlichen auch recht lesenswerte Transparenzberichte. Also welche Behörden da bei Ihnen so anfragen und wie sie damit umgegangen sind. Genau, Mailbox-Org zum Beispiel prüft diese Anfragen von Behörden total kritisch. Das ist also lustigerweise so, dass so etwa die Hälfte der Fälle, wo irgendwie eine Polizeibehörde sagt, hier liebe Mailbox-Org, wir hätten gerne mal dies und jenes. Und diese Anfragen schlicht rechtswidrig sind und dann werden die zurückgewiesen. Aber es gibt leider auch viele andere Provider, die diese Dinge dann einfach so durchwinken und die Sachen rausrücken. Insofern macht Mailbox-Org, da finde ich schon ganz guten Job. Genau, ein ganz wichtiger Punkt ist diese Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also dass man, der zweite Faktor, zwei Faktoren deswegen, weil der erste Faktor ist das Passwort und der zweite Faktor ist halt noch was anderes. Eine Zahl, die man per SMS kriegt oder die auf sein Passwort auf seinem Smartphone generiert wird oder so. Da gibt es verschiedene Wege und man kann halt mit dem Passwort alleine keinen Zugang kriegen. Das kann manchmal nerven, aber das ist schon auch wieder in Kombination mit den anderen Sachen ein großer Schritt nach vorne. Da ist nur die Frage halt, auch da, auch das ist natürlich nicht sicher und das haben wir in diesem jüngsten Fall auch gesehen. Da gab es diesen Fall des YouTubers Unge, der auch von diesem mutmaßlichen Täter gehackt wurde. Und da ist das nach Unges Schilderung so vorgegangen, dass er, wie auch immer, das wissen wir nicht, dass der Täter Zugang zu Unges Gmail, also E-Mail-Konto bekommen hat. Und von diesem E-Mail-Konto eine Mail geschickt hat an Twitter mit der Bitte, hallo, ich bin Unge, siehe E-Mail. Ich habe ja bei euch einen Account, da ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung drauf. Schaltet mal bitte ab. Und Twitter so. Okay. Klar, wir kommen ja nicht in Ihren Twitter-Account, halten wir das doch mal ab. Und also, da muss man sagen, da ist die Lage so, Unge behauptet das, Golem hat bei Twitter nachgefragt und andere auch. Twitter hat zu Golem gesagt, kein Kommentar. Also, ich würde sagen, der Wahrscheinlichkeitszeiger geht Richtung 80 bis 90 Prozent. Ja, sicher ist es nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein Hinweis darauf, dass auch das nicht sicher ist. Und wenn natürlich dann da Idioten sitzen und einfach sagen, okay, ich schalt's mal ab, ja, dann ist das natürlich alles nichts wert. Ja, man muss natürlich auch wirklich sagen, das ist natürlich aus der Service-Perspektive jetzt auch nicht so ganz einfach, ne? Nee, das ist natürlich der Horror. Deswegen bieten das auch jetzt immer mehr, aber doch lange nicht an, weil das natürlich für die Anbieter die Service-Hölle sein kann. Natürlich ist das ein Riesenproblem. Was mache ich eigentlich, wenn ich meinen zweiten Faktor verliere? Wenn ich mein Handy verliere? Die Handynummer. Ja, oder das Handy ist weg und ich kann diesen zweiten Faktor nicht generieren. Natürlich rufe ich beim Support an. Natürlich ist das ein Riesen-Nerv, ja. Und auch sozusagen die Nutzer zu zwingen, legt euch einen Account an und dann sie zu zwingen, sichere Passwörter anzulegen. Bestimmte Ansprüche zu stellen an das Passwort, etc. pp. Das kann man alles machen, softwaremäßig überhaupt kein Problem. Sie scheuen das aber, weil natürlich, wenn was schief geht, die Leute sofort beim Support anrufen. Wie? Ich kann da nicht Love Me Baby eingeben. Ja, genau. Das ist mein Passwort, das nutze ich überall. Genau, das ist voll sicher auch übrigens. Da käme ja nie einer drauf. Ja, da seid ihr der Konkurrenz hinterher. Genau. Dann gehe ich doch lieber zu einem anderen E-Mail-Anbieter, wo das nämlich easy ist. Ja, lovemeababy.de. Und das ist natürlich, deswegen machen die das natürlich alle nicht und trotzdem, deswegen sollte man halt Sachen nehmen, wo man halt Zwei-Faktor-Authentifizierung einschalten kann. Übrigens, Zwei-Faktor-Authentifizierung, es gibt ja auch eben die Möglichkeit, Philipp hat es gerade angesprochen, dass man quasi auf dem Handy so einen Code generiert. Zum Beispiel mit der Google-Authenticator-App und das kann man zum Beispiel auch in einem guten Passwort-Manager. Da kann man nämlich genau dieses Generieren einer PIN auch in seinen Passwort-Manager reinpacken, dann kann man sogar sein Handy verlieren und die Daten sind trotzdem noch im Passwort-Manager. Auch bei Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wir hatten noch eine Höreranfrage bekommen, was haltet ihr eigentlich von so Identifikationssystemen wie Verimi und NetID? Also dazu muss man sagen, Verimi und NetID, das ist Single-Sign-On. Also ihr kennt ja alle sozusagen diese Single-Sign-On-Lösung von Facebook und Google und auch Twitter. Ich habe einen Google-Account oder einen Twitter-Account und damit kann ich mich dann bei 10, 20, 30 anderen Diensten anmelden. Ich muss da keinen Account anlegen, ich muss mir nicht noch zusätzliches Passwort merken, ich netze einfach meinen Twitter- oder Google- oder Facebook-Passwort. Das ist an sich schon eine schlechte Idee, aus den genannten Gründen, wenn das eine Passwort weg ist, sind die anderen drin. Oder wenn der Account weg ist. Wenn der Account weg ist, haben die halt auch Zugang zu den anderen Accounts. Jetzt haben sich halt verschiedene deutsche Firmen zusammengetan und sagen, wir machen jetzt einen deutschen Single-Sign-On mit deutscher Technik, Server in Deutschland und so weiter und so fort. Dazu zählt RTL, Allianz, Lufthansa, etc. pp. Und die haben halt zwei konkurrierende Produkte auf den Markt gebracht, Verimi ist das eine, NetID ist das andere. Und der Unter-, also bevor wir sagen, nutzt kein von beiden, erkläre ich mal ganz kurz, warum. Das eine ist sozusagen, Verimi ist so ein zentraler Service, der Unterschied, also da werden die Daten, die Zugangsdaten auf einem zentralen Server gespeichert. Bei NetID ist es anders, da sind die halt sozusagen bei den jeweiligen teilnehmenden Diensten gespeichert und die geben sich gegenseitig dann Zugang. Das Problem ist, ich habe vor, das muss ich zugeben, vor einiger Zeit, ich weiß nicht genau, wie lange es her ist, aber es sind sicher schon zwei, drei, vier Monate her, da habe ich bei Zalando mal angerufen und gefragt, wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt mein NetID-Account bei Zalando mache und ich nutze meinen Zalando-Account, um bei Dienst 1234 mich einzuloggen, einen Account zu erstellen und dann lösche ich meinen Zalando-Account. Und dann? Dann hat der Sprecher von ProSiebenSat1, die da mit sind, in diesem Konsortium gesagt, hm, also nach Stand der Dinge sind dann auch die anderen Accounts weg. Das klingt nach einer richtig guten Idee. Und deswegen, aus diesen und anderen Gründen würde ich einfach sagen, Finger weg von diesen Single-Sign-On-Sachen, das ist erstmal bequem, legt euch einen Passwortmanager zu und dann ist gut. Genau, das ist, glaube ich, die Botschaft. Jetzt haben wir ja Herrn Habeck, Herr Habeck hat da ein bisschen überreagiert, der ist ja ein bisschen nervös geworden, also man muss sagen, ich mache mir nicht Lust, es ist leicht, sich über ihn lustig zu machen. Ich glaube, also ich bin zum Glück noch nie in die Situation gekommen, dass private Nachrichten und alle privaten Daten von mir in der Öffentlichkeit rumgeflogen sind und ich glaube, das ist extrem unangenehm. Also da möchte ich überhaupt keine Häme hier ausschütten oder so. Also mit Leuten, mit denen ich mal zu tun hatte und so, ich glaube, und wenn man sich das selber mal vorstellt, was bei ihm da alles rausgelaufen ist und dass es jetzt überall ist und in allen Medien und, 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 und. Extrem, extrem, extrem unangenehm. So, Herr Habeck hat gesagt, also Robert Habeck, Chef der Grünen, ich lösche, hat er jetzt wohl auch gemacht, meine Accounts bei Twitter und Facebook sind beide weg. Also wir haben sie gecheckt, sind beide nicht mehr erreicht. Dann hat er bei grüne.de und auch auf seinem eigenen Blog begründet, warum er das denn macht. Ja, ein Zitat, über Twitter wurden die privatesten Daten meiner Familie, quasi ein Tagebuch, öffentlich verbreitet, vieles abgefischt bei Facebook. So, kann man erst mal sagen, fangen wir mit Facebook an. Also, das ist der Grund, warum wir seit Jahren predigen, verhandelt Facebook wie eine öffentliche Webseite. Genau, also diese ganzen Privatsphäre-Einstellungen ist eine schöne Idee, aber im Ergebnis alles Kokolo. So, behandelt, wir nutzen ja auch Facebook. Aber als Werbeplattform. Ich poste da Sachen rein mit demselben Mindset, wie ich auch Twitter oder was auf meinem völlig verwaisten Blog veröffentliche. Wie, es gibt sowas wie Bansel.org? Das sag ich jetzt nicht. Du hast neulich schon meine E-Mail-Adresse verraten. Was? Meine Blog-Adresse verraten wir jetzt nicht. Habe ich deine E-Mail-Adresse verraten? Hat er schon verdrängt, traumatisiert. Ja, stimmt, der Backlash war halt. So, also, das ist natürlich, das ist ganz klar. Also, bei Facebook sollte man sowas nicht abkippen. Dann hat er gesagt, Twitter lösche ich, weil verleitet mich zu unüberlegten Aktionen. Und da muss man doch ganz ehrlich sagen, lieber Robert Habeck, ja, ich habe das schon in der Lage schon öfter gesagt, ich schätze den sehr. Ja, ich finde das wirklich ein sehr smarter Politiker, aber sorry, du bist Politprofi, vielleicht muss man dann einfach mal nachdenken, was man schreibt, bevor man auf Senden drückt. Ja, denn mal ganz ehrlich, das ist doch, das kann ihm doch bei jedem Interview, das kann ihm in jeder Talkshow passieren. Also, vor allen Dingen, vor allen Dingen diese Fälle, um die es ja geht, also im Kern um zwei Videos zur Wahl in Bayern und dann auch nochmal in Thüringen, wo er sinngemäß, ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, das Zitat, aber wo er sinngemäß gesagt hat, Hurra, Bayern ist wieder demokratisch. Oder die Demokratie ist wieder in Bayern zurückgekehrt und in Thüringen hat er gesagt, habe ich jetzt auch nicht auf dem Zettel, aber das war auch ein bisschen überspitzt, ja, wo den Thüringer, glaube ich, so unterstellt wurde, sie kämen jetzt gerade aus dem Mittelalter wieder zurück. Und das war natürlich ein bisschen überspitzt, da hat er viel Gegenwind bekommen, aber der Punkt war, da hat er sich, nach dem, was ich jetzt auch von ihm gelesen habe, nicht einfach irgendwie vor das Rathaus gestellt und gesagt, ich brauche jetzt ein Video, ich spreche da jetzt was rein und dann, nein. Nein, es gab X-Takes und die lagen auch länger da rum und so, also er hat sogar Mitarbeiter, es wurde sogar drauf geguckt und da würde ich sagen, also da ist das eher ein Workflow-Problem als ein Twitter-Problem. Genau, das muss man einfach anders organisieren und außerdem muss ich natürlich sagen, mal ganz ehrlich, das ist schon nicht unheikel, wenn ein Spitzenpolitiker sich selber mangelnde Impulskontrolle attestiert. Das finde ich, finde ich, ich meine mal ganz ehrlich, die Frage, was twittere ich, ist jetzt vielleicht nicht die relevanteste Frage, die Robert Habeck in seinem Leben nochmal entscheiden muss, speziell, wenn er tatsächlich Kanzlerkandidat der Grünen wird. Ja, da fallen mir noch eine Reihe anderer Entscheidungen ein, die man da so treffen muss in dem Gebenfallsamt. Und insofern, also ich glaube, ich will jetzt gar nicht so über ihn spotten, Philipp, ich teile völlig deine Einschätzung, dass diese subjektive Betroffenheit, glaube ich, enorm ist, wenn man irgendwie die Chats mit den Kindern im Internet wiederfindet, das will ich auch überhaupt nicht relativieren. Aber ich glaube, er hat sich insbesondere mit dieser Begründung überhaupt keinen Gefallen getan. Ja, und was ich da mal noch interessant fand, das ist so ein bisschen so ein Meta-Aspekt, mit welchem Mindset er so in Talkshows reingeht. Und da ist er sicherlich nicht der Einzige, er hat gesagt, er geht halt in Talkshows und man überlegt sich vorher schon, was kann ich sagen, was sich dann gut twittern lässt. Und dann weiß man auch, warum die Talkshows so sind, wie sie sind. Genau, weil man halt so 15-Sekunden-Statements abgeben muss, damit die halt in so einen Tweet gut reinpassen, vielleicht noch mit einem schönen Bild und einem Videoschnipsel und man die hinterher gut fährt. Das ist ja übrigens einer der Gründe, fiel mir bei dieser Diskussion nochmal wieder ein, wieso wir vor einigen Jahren, fast drei Jahre, das ist ja schon damals mal, die Lage gegründet haben. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an die erste Sendung? Das ist schon drei Jahre her. Verdammt. Das habe ich schon vergessen. Aber in diesem Internet findet man die ja noch. Ich kann mich nicht an Beiträge erinnern, die ich heute Morgen gemacht habe. Und jedenfalls eine der Motivationen für uns war, dass wir gesagt haben, es muss doch einfach einen politischen Diskurs geben, wo Statements mal länger als 15 Sekunden dauern und wo man Gedanken, mal länger als 15 Sekunden ausbreiten kann, entwickeln. Und rausgekommen sind zwei Stunden-Sendungen. Ich finde, das ist, also es gibt so zwei Extreme in dem Punkt. Ja, aber ich sage mal so, nicht jeder Gedanke dauert zwei Stunden. Es ist ja auch ein bunter Strauß. Also ich finde, ich finde. Also viele, glaube ich, fragen sich schon zwei Stunden lang, warum nimmt das hier kein Ende? Meinst du? Wenn man hier im Saal sitzt, kommt man ja nicht mehr raus. Man will ja nicht die ganze Reihe aufscheuchen. Also da sind Gedanken, der eine oder andere Gedanke ist dann schon kurz und lang. Gleichzeitig. Warum nimmt das hier kein Ende? Also, ja, ich finde es ein bisschen überzogen. Die Frage war ja auch so ein bisschen, ist er jetzt, tut er der Demokratie Schaden, weil er sich als Politiker aus diesem Diskurs zurückzieht? Und das finde ich, ist auch zu, wie sagt man, weit gedreht. Natürlich kann man Politiker sein und kommunizieren, ohne dass. Ich würde nur argumentieren, die Vorteile für einen Politiker, der diese Medien vernünftig weiß einzusetzen und über ein durchschnittliches Maß an Impulskontrolle verfügt, der kann durchaus von den Vorteilen mehr profitieren, als dass er unter den Nachteilen leidet. Ja, das würde ich genauso sehen. Und außerdem ist es ja, denke ich, ein unschätzbarer Vorteil, einfach mal, ich sage jetzt mal etwas platt, auch so dem Volk aufs Maul zu schauen. Einfach mal so ein bisschen mitzubekommen, was die Menschen denken. Natürlich gibt es auf Twitter auch unglaublich ätzende, aggressive Äußerungen. Ich will jetzt, weiß Gott, Twitter nicht schönreden. Natürlich hat diese Plattform auch ihre sumpfigen, miefigen Ecken, wo es also wirklich gewaltig zum Himmel stinkt. Aber es ist doch gerade für einen Politiker oder für eine Politikerin von unschätzbarem Wert, um etwas so zu erfahren, wie die Leute so ticken, was die Leute so denken. Ja, der Punkt ist, das liest er ja gar nicht. Er sagt schon, es gibt ein Interview in der FAZ, verlinken wir auch, wo er so seine Twitter-Nutzung so ein bisschen ausbreitet. Und eine Nutzung, sagt er, war tatsächlich, gerade mal darauf zu schauen, was andere Politiker geschrieben haben und dann so mal die Reaktionen durchzugucken und da möglicherweise irgendwie sich auch einzubringen. Okay, also ich habe eins gelesen, wo er sagt, die Ad-Replies an ihn, also die Nachrichten an ihn, die lese er nicht, weil das ja eh nur Hass ist. Und dafür muss man sich schützen. Also dann steht das in so einem gewissen Niederspruch. Okay, ich glaube, dazu haben wir irgendwie alles gesagt. Ihr könnt das ja auch nochmal in den Kommentaren mal anmerken. Einen Punkt fällt mir noch ein, und zwar, ich glaube, es gibt durchaus eine Zielgruppe, die Robert Habeck möglicherweise sehr glücklich gemacht hat. Oh, die Datenökos. Die Datenökos, ja, oder möglicherweise auch die Zielgruppe der Offliner, der Internet-Ausdrucker. Die ihren Holzzaun sehr nah aneinander haben, die Datenökos. Es gibt, das muss man, das müssen wir uns als, sage ich jetzt mal, in der Tendenz eher internetaffine Menschen, glaube ich, immer wieder klar machen. Es gibt da draußen noch einige Millionen Menschen, die dieses ganze Internet für Teufelszeug halten und immer noch hoffen, dass das einfach vorbeigeht irgendwann. So ein bisschen wie so ein Schneesturm. Ja, ist jetzt ein ziemlich langer Schneesturm, aber wer weiß, vielleicht fackeln ja einfach morgen alle Server ab. Und es gibt diese Menschen immer noch, die das einfach alles grundsätzlich ätzend finden, aus verschiedenen Gründen. Und gerade an Twitter kann man ja auch sehr berechtigte Kritik üben. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass es schon einige Leute gibt aus dieser Ecke, die sagen, endlich sagt es mal einer laut, was ich schon lange denke. Ja, vor allen Dingen, dass es dazu führt, dass viele sagen, okay, ich mache nicht nur mit diesem sozialen Medien Schluss, sondern ich nutze auch keinen Online-Handel mehr. Ich nutze auch keinen Online-Banking mehr. Diese ganze digitale Weserei ist mir fremd, ich ziehe mich daraus zurück. Bei der Gelegenheit übrigens, wo wir schon mal heute so ein paar Security-Tipps geben, die absolut sicherste Zahlungsweise ist die Zahlungsweise per Lastschrift. Das kann man bei der Gelegenheit auch mal sagen, denn man kann die Lastschriften ja wochenlang zurückgeben. Solange man auch nur so gelegentlich seine Kontoauszüge checkt, gibt es eigentlich nichts Besseres als Lastschrift. Die hat einen wahnsinnig schlechten Ruf, das sehen wir ja auch bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Wir bieten natürlich für Spenden alle möglichen Zahlungswege an und überraschend wenig Leute zahlen per Lastschrift im Vergleich zum Beispiel zu den Leuten, die per PayPal zahlen, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Insbesondere, wenn man bei PayPal eine Kreditkarte dahinter hängen hat. Hast du deine IBAN im Kopf? Jawohl. Nächstes Thema. DE 20, ja, 265, 659. Ich freue mich über Spenden. Okay, lass uns mal weitermachen, sonst wird das jetzt ein bisschen zu lang. Du bist nur neidisch, Philipp. Okay, aber wir haben nämlich noch einen zweiten Aspekt, Datensicherheit. Ja, Datensicherheit. Und zwar, ich muss mal hier das Kapitel reinhacken. So, genau, wir hatten ja, genau, Datensicherheit. Da sind wir natürlich beim Bundesinnenministerium ganz schnell, wenn es um die Sicherheit unserer Daten geht. Weil das ist ja Heimatschutz. Weil es ist Heimatschutz und das Bundesinnenministerium will die Meldedaten aller Menschen in Deutschland in einer Datenbank sammeln. Also das fußt, glaube ich, auf einem EU-weiten Zensus, also einer Volkszählung, die für 2021 angesetzt ist. Und da soll halt nicht wie 1987 von Haustür zu Hause gegangen werden und gesagt, hallo, wir wohnen hier in deinem Haus, haben Sie einen Hund, haben Sie keinen Hund? Sondern das soll registergestützt gemacht werden, wie das so heißt. Also durch Abfrage von Datenbanken der Meldebehörden. Das wurde zum letzten Mal 2011 gemacht. Genau, vielleicht ganz kurz, um ein bisschen zu erläutern, wie das nämlich funktioniert mit dem Meldewesen. Wir haben ja eben gerade nicht in Deutschland die eine ganz große Meldebehörde. Das sind alles so Erfahrungen oder Lehren aus der Nazi-Zeit. Man will nicht so eine große Stelle, wo die ganzen Daten zusammenliegen, weil man dann irgendwie mit einer Abfrage, ich sage jetzt mal, polemisch alle Juden rausfiltern könnte. So ist das ja leider Gottes zum Beispiel in den 40er Jahren in den Niederlanden passiert. Die hatten nämlich damals schon so ein System. Und als die Nazis da einmarschiert sind, da hatten die es vergleichsweise leicht. Deswegen sagt man, so eine zentrale Meldedatenbank ist eine wahnsinnig gefährliche Sache. Deswegen ist das Meldewesen in Deutschland dezentral. Alle Kommunen, Gemeinden, also zum Beispiel auch die Stadt Hallstatt, führen ein Melderegister, wo man sich anmeldet, wenn man irgendwo einen Wohnsitz begründet. Und das heißt also, man kann jetzt nicht einfach nur einen Computer anzapfen, wenn man registergestützt eine Volkszählung machen möchte. Sondern man muss dann alle Meldebehörden irgendwie in dieses ganze Spielchen einbeziehen. Und das hat also 2011 das letzte Mal stattgefunden. Danach gab es eine riesen Klagewelle, weil viele Kommunen meinten, ihre Einwohner, Einwohnerinnen seien nicht gezählt oder zu Ringen angesetzt worden. Das hat dann dazu führt, dass sie weniger Subventionen bekommen haben, weil das natürlich häufig auf der Anzahl der Einwohner, Einwohnerinnen basiert. Und dazu gibt es auch einen ganz interessanten Hintergrund, der jetzt im DLF lief, den verlinken wir. Daher soll diesmal alles ganz anders laufen. Ja. Und im Prinzip eine gute Idee. Also zur Vorbereitung sollen die Themen natürlich erstmal getestet werden. Ist auch immer eine gute Idee. Testen ist bei Software gut. Wenn man 80 Millionen Leute in einer Datenbank erfassen will, sollte man die vorher mal testen. Und das unterstützen wir. Und wir unterstützen solche Tests natürlich vor allen Dingen dann, wenn sie auch mit Testdaten vollzogen werden. Ist das hier so? Ja, also Testdaten könnte man sich überlegen. Oder man könnte natürlich auch die Daten für diesen Testlauf, nicht für den Zensus, für den Testlauf anonymisieren oder pseudonymisieren. Könnte man erst machen. Als Bundesinnenministerium so. Nö. Nö. Wir wollen die Echtdaten. Weil nur echt ist echt. Nur echt ist echt, das kennen wir. Das ist so ein bisschen wie im Internet. Nur echt ist es echt. Wir wollen die Echtdaten. Und zwar nicht nur so ein paar Echtdaten zum Testen. Könnte man sich auch überlegen. Ein Prozent aller Daten oder so. Nö. Wir wollen die Echtdaten von allen 81 Millionen gemeldeten Menschen in Deutschland. Und zwar nicht nur Namen oder Anschrift, sondern jeweils mehr als 40 Einzelangaben pro Person. Da gehören dann auch so Dinge wie Religion zum Beispiel dazu. Ein Familienstand. Alles in einer Datenbank. Genau. Für zwei Jahre. Und mal schauen, was wir mit diesen Daten so machen. Also wie gesagt, offizieller Grund testen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Bundesinnenministerium überrascht mich ja immer wieder mit seiner Kreativität. Was man so alles noch so machen könnte mit den Daten. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gehört habe, was die da so vorhaben, da ist mir wirklich heiß und kalt geworden. Ich habe das erfahren, weil mich da in dem Fall jemand aus dem Bundestag angerufen hat und gesagt hat, sag mal, hör mal, wir haben hier schon seit langem ein Gesetz zur Vorbereitung dieses Zensus 2021. Bormeier to the rescue. Es war zugegebenermaßen ein Mensch aus dem Bundestag, ich sage jetzt mal nicht Geschlecht oder sonstiges Hintergrund, sonst liegt das irgendwie alles noch, sondern es war also ein Mensch aus dem Bundestag, der damit befasst war. Und dieser Mensch sagte mir dann so, Hintergrund ist in dem Fall nicht juristisch. Wie jetzt, wir testen ein System mit den Echtdaten und packen die für zwei Jahre in eine große Datenbank. Dann können wir doch diesen ganzen Zirkus mit der dezentralen Speicherung der Melderegister auch einfach mal abblasen, wenn jetzt das BMI so eine schöne Datenbank einrichtet. Der Witz ist, es macht noch nicht mal das BMI, sondern das soll irgendwie das Bundesamt für Statistik machen und die wiederum machen es auch nicht selber. Gerüchten zufolge, das habe ich nicht prüfen können, weil das alles top secret ist, macht das noch nicht mal die Behörde selber, sondern die haben da irgendeinen windigen Dienstleister gefunden. Also eine Privatfirma, der mal eben 81 Millionen Datensätze in den Rachen wirkt. Werden die aber nicht für Werbung verbraucht. Werden die nicht für Werbung verbraucht. Machen die nicht, haben die ganz klar versprochen. Aber gerade da du während dieses Anrufs gerade dabei warst, deinen weißen Schimmel zu schüren und deine weiße Ritterrüstung anzulegen, hast du gedacht, okay, die Zeit habe ich noch. Reit ist bei der GFF vorbei und sagt, Jungs, wir werden gebraucht. Und Mädels. Jungs und Mädels, ja das muss man immer sagen, das sind ja inzwischen fast mehr Mädels als Jungs bei der GFF. Nein, das ist aber schon so, in diesem Fall war es nicht dieser Anruf der Grund, sondern es gibt da einen Arbeitskreis Zensus, einen Kreis von insbesondere Menschen mit so Informatikhintergrund, die schon den Zensus 2011 kritisch begleitet haben und die haben, als sie das mitbekommen haben, jetzt auch gesagt, Leute, das kann ja wohl nicht wahr sein für Testzwecke, alle Echtdaten rüberzuschieben und das Ganze noch mit unklaren Sicherheitsbestimmungen und so. Oder binnen eines Monats, bin ich ganz sicher, diese Daten alle in den großen Topf werfen. Insofern bin ich mal gespannt, ob das Bundesverfassungsgericht dann noch entscheidet. Man muss gestehen, wir haben als GFF das Gericht so ein bisschen leider unter Zeitdruck gesetzt, weil wir es schlicht und ergreifend erstmal finanzieren mussten. Also wir mussten erst das Crowdfunding machen und dann das alles noch schreiben. Das war ein Riesenstress, also wir wollten das Gericht nicht ärgern damit, sondern wir haben, und ich habe ja vor allem noch einen Hauptjob, ich habe ehrlich gesagt daran relativ wenig Anteil, weil das jetzt so klang, weißer Schimmel und so, als wenn ich das gemacht hätte. Das haben unsere Angestellten gemacht und einen Anwalt, den wir damit beauftragt haben. Ja, aber das war alles super stressig. Ich hoffe, dass wir mit diesem Zeitdruck das Bundesverfassungsgericht nicht verärgert haben, sodass sie jetzt hoffentlich das doch noch stoppen machen. Okay, wir warten ab und drücken die Daumen. In Bremen wurde der Bremer AfD-Chef Frank Magnitz attackiert und schwer verletzt. Und da wollten wir auch nochmal was zu sagen, also der war dann im Krankenhaus, er wurde halt angegriffen, das Video ist mittlerweile veröffentlicht und man sieht das, du hast dir das Video angeguckt, ich habe es gar nicht gesehen. Ja, ich habe mir das Video angeguckt, das ist von der Polizei veröffentlicht worden. Was sieht man auf diesem Bild? Es sind zwei verschiedene, oder in diesem Video, es sind zwei verschiedene Kameraeinstellungen. Zunächst mal wird quasi so entgegen der Laufrichtung der Menschen, die so einen Saal verlassen, gefilmt und man sieht dann so eine Gruppe von drei Menschen, ich würde schätzen vom ganzen Auftreten her junge Männer, aber die Bildqualität ist nicht so gut, dass man es genau sehen kann. Ich hätte jetzt geschätzt drei Männer, circa 20, aber wie gesagt, kann man nicht so ganz genau erkennen, die da so entlanglaufen, schnellen Schrittes und sich irgendwas vor das Gesicht ziehen und dann kommt ein Schnitt und dann sieht man quasi die entgegengesetzte Kameraposition und da sieht man wie ganz unten am Bildrand ein Mensch läuft und dann kommt diese Dreiergruppe und einer aus dieser Dreiergruppe nockt dann den langsam gehenden Menschen aus und der fällt dann hin. Also das könnte so ein Nock mit einem Ellenbogen gewesen sein, es könnte ein Faustschlag in den Nacken gewesen sein, so ganz genau sieht man es nicht, dann laufen die drei sofort weg und in diesem Film sieht man auch nur einen allerhöchstens zwei Schläge und man sieht zugleich, dass dieser eine Angreifer, der sich da vergangen hat an dem laufenden Menschen, nichts in der Hand hatte. Also die AfD sagt, spricht von einem Mordanschlag, spricht von einem Kantholz, was in dem Video nicht zu erkennen ist, spricht von dritten, was die definitiv nicht stattgefunden haben. Also was mir wichtig ist bei diesem Punkt, auseinander zu zetteln und vielleicht auch nebeneinander zu stellen. Ich finde, man kann und das tun wir auch, Gewalt gegen Menschen verurteilen und das finde ich als Mittel politischer Auseinandersetzung generell in Deutschland aber schon mal gleich gar nicht, ist das nicht akzeptabel. In diesem Fall ist es noch nicht nur der Bremer AfD-Chef, sondern auch noch ein gewählter Bundestagsabgeordnete, das heißt, man kann das auch lesen und man muss das so sehen, auch als einen Angriff auf eine parlamentarische Institution, auf unseren Parlamentarismus und die Demokratie. Das haben wir immer verurteilt und das tun wir auch in diesem Fall. Das ist nicht akzeptabel und das geht nicht. Gleichzeitig kann man aber das Verhalten, die Reden, das politische Agieren dieses Opfers kritisieren, ohne dass das die Kritik an der Gewalt relativiert. Ich finde, das sind zwei Sachen, da wird dann immer gesagt, ja, du kannst nicht sagen, du verurteilst die Gewalt und dann das Verhalten des Opfers und der AfD insgesamt kritisieren, das klingt ja wie eine Legitimation oder wie eine Rechtfertigung. Finde ich, tut es nicht. Es ist ein schmaler Grad, man muss das gut formulieren, aber ich finde, logisch und empathisch sind das zwei Sachen, die nebeneinander existieren. Also ich finde, das ist einfach, wie du sagst, Philipp, ein ganz schmaler Grad, das ist einfach wahnsinnig schwierig. Es gibt da zum Beispiel einen O-Ton davon von Annalena Baerbrock, das ist quasi neben Robert Habeck die zweite Vorsitzende der Grünen, hat der Deutschlandfunk gesendet. Dieser O-Ton geht so, wer Hass streut, der erntet Hass, aber Hass ist kein Mittel in einer Demokratie, deswegen dürfen wir diesen Weg auf keinen Fall gehen, wir brauchen ein neues Miteinander. Und da finde ich, sieht man sehr schön so diese beiden Seiten. Sie verurteilt eindeutig, denke ich, diese Straftat, das kann man gar nicht anders sagen, sie billigt hier gar nichts. Auf der anderen Seite kann man natürlich daran die Kritik üben zu sagen, ist das nicht im Grunde so ein bisschen Victim-Blaming, schiebt sie nicht im Grunde der AfD als Partei quasi die Schuld in die Schuhe an diesem Angriff, indem sie sagt, wer Hass streut, der erntet Hass. Das kann man nicht anders sagen, das tut sie schon. Das finde ich, und deswegen, ich finde, das geht einen Tick zu weit. Das geht einen Tick zu weit, weil so nach dem Motto, wer Hass sät, der muss halt mit der Ernte leben. Das hat sie nicht gesagt? Nein, aber das steckt zwischen den Teilen. Das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen überdrehte vielleicht, aber das geht in diese Richtung Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also, und ich finde, und sowas wie Auge, Auge, Zahn um Zahn ist Rache. Du hast mir das Auge ausgebissen, dann beiße ich dir das Auge auch aus. Und das ist nicht das System eines Rechtsstaats, in dem wir leben. Würde ich sofort so sehen. Sie sagt aber natürlich fairerweise auch dazu, deswegen dürfen wir diesen Weg auf keinen Fall gehen, also den Weg des Hasses. Das sagt sie schon. Sie kritisiert damit, denke ich, schon sowohl die AfD als auch den Angriff auf diesen AfD-Menschen. Aber gut, ich denke, auch der zentrale Punkt, den man auf jeden Fall machen muss, Gewalt ist auf gar keinen Fall ein Mittel, um sich in einer Demokratie auseinanderzusetzen. Allein die Tatsache, wie die AfD diesen Anschlag auf ihren Mann ausgeschlachtet hat, indem sie das massiv übersteigert hat in den Medien, zeigt ja schon, dass solche Gewalt möglicherweise der AfD unterm Strich eher nützt, als dass es ihr schadet. Insofern ist es nicht nur grundsätzlich falsch, sondern es ist auch noch kontraproduktiv. Ja genau, wenn man diesen Perspektivwechsel macht. Wenn wir aus unserer Perspektive darauf gucken, dann ist das Gewalt gegen Menschen nicht akzeptabel. Geht sowieso nicht. Wenn du aber den Perspektivwechsel machst auf jene, die diese Gewalt ausüben, unterstellt, das wissen wir nicht. Nee, das kann man, also phänotypisch macht das schon Sinn, das Video angucken. Das wissen wir nicht, aber vermutlich hing das natürlich mit der Parteimitgliedschaft des Mannes zusammen und seiner Tätigkeit. Selbst wenn man diese Perspektive einnimmt, wir sind gegen die AfD und deswegen greifen wir diesen Mann an und wir sind gegen ihn und greifen ihn deswegen an, selbst dann ist das kontraproduktiv. Ja, wenn man möglicherweise das damit eben nur so Solidarisierungseffekte auslöst, dann ist ja kein Zufall, dass die diesen Vorfall massiv übersteigert dargestellt haben. Die wissen eben schon, wie sie ihre Leute mobilisieren. Lustigerweise hat allerdings die AfD im Nachgang dieser Tat zur sprachlichen Mäßigung aufgerufen. Was ich gut finde, kann man unterstützen. Was ich total gut finde, man würde natürlich sagen, Leute, vielleicht kehrt ihr mal von der eigenen Tür. Ich meine, das ist immerhin die Partei, die mal überlegt hat, ob man nicht an den Grenzen auch einfach schießen könnte auf Migranten. Ja, kein Witz. Also zwei Sachen, zwei Sachen. Ich finde, wir müssen jedem das Recht auf Einsicht zugestehen. Das gilt für die CSU. Da bin ich völlig bei. Das finde ich eine interessante These in diesem Kontext, aber ja, die finde ich. Also generell, Einsicht ist eine gute Sache. Das gilt für die CSU, das gilt auch für die AfD. Hier hätte man sich gewünscht, Einsicht hätte ein bisschen eher kommen können. Und der Verdacht ist, dass das eine Einsicht mit einem relativ kurzen Haltbarkeitsdatum ist. Du meinst, das ist eher so eine Art personell beschränkt. So eine hellsichtige Episode. Ja, keine Ahnung. Also das sieht man ja schon bei der AfD, dass es da, da hat es auch Untersuchungen gegeben, dass es da eher so die Krawallfraktionen gibt und eher so die kooperative Fraktion in der AfD und speziell auch in der Fraktion. Und das sieht man ja auch. Und dass es da sicherlich jetzt auch so ein paar kooperativ gesinnte AfD-Abgeordnete gibt, die zur sprachlichen Mäßigung aufrufen. Das finde ich gut. Nur das Problem ist, dass die Partei halt danach nicht tickt. Die Partei, wie soll ich sagen, propagiert jetzt generell eher nicht die politische Mäßigung. Das kann man wirklich nicht sagen. Kommen wir zu einem anderen Whirlpool des politischen Geschehens. Das muss man sagen. Wir gucken mal über den Kanal und schauen, wie es denn Theresa May geht, in ihrem Bemühen noch irgendwie eine Mehrheit zusammen zu sammeln für den Brexit-Deal, Philipp. Also in ihrer Haut möchte ich nicht stecken. So viel, glaube ich, kann man sagen. Philipp ist unter die Astronomen gegangen für diesen Beitrag. den hat er nämlich recherchiert. Der hat ein wunderschönes Bild gefunden, finde ich. Findest du, ja. Ja, sag das mal laut, das ist groß. Jetzt hast du es so hochgehängt. Es ist okay. Es ist ganz okay. Ich wollte das ganz lapidar einflechten. Ach so, sorry. Jetzt verkaufst du das so, als sei das Nobelpreisverlächtig. Den Satz sage ich jetzt nicht. Ach, Philipp. Darf ich ihn sagen? Ja. Ich finde das wirklich schön. Philipp schrieb so schön, der Brexit rast auf Europa zu wie ein großer Komet. Das finde ich toll. Ich mach dir davon ein T-Shirt zum Geburtstag. Uh, das finde ich cool. Das finde ich cool. So ein Komet mit so einem Theresa May-Porträt. Also. Ist ja bald wieder Garneval. Okay, jetzt kommen die Bilder wieder ins Kopf. Also, Anschlagsdatum ist der 29.03. Anschlagsdatum? Anschlagsdatum. Okay. Es sind noch zweieinhalb Monate. Also, und wir wissen, es gibt ja einen detaillierten Plan, wie man mit diesem GAU umgehen kann. Der ist ausverhandelt, da haben wir schon viel drüber geredet. Dem muss halt das britische Parlament zustimmen. Und diese Abstimmung ist am Dienstag. Und da muss man natürlich sagen. Echter Krimi. Echter Krimi. Also, ja. Wie stehen die Aktien? Also, es gibt ja dieses eine Szenario, das ist das Einfachste eigentlich, das ist die Zustimmung. Also, das Parlament nickt diesen Vertrag ab. Dann gibt es diese zweijährige Übergangsphase, haben wir auch drüber gesprochen, wo sich eigentlich nicht so wahnsinnig viel tut. Aber beide Seiten haben halt zwei Jahre Zeit, um ein, sagen wir mal, Handelsabkommen zu schließen, was detailliert regelt. Was denn dann passiert, wenn der Brexit sozusagen richtig vollzogen wird. Problem ist, wird wahrscheinlich nicht passieren, dieses Szenario 1. Weil es wenig Anzeichen gibt, dass dieses stattfindet. Und das Szenario 2 ist viel Wahrscheinlichkeit, dass das Parlament, das Britische, diesen Vertrag ablehnen wird. Und das ist, ja, also man ist da irgendwie noch nicht so richtig weiter. Es gibt jetzt drei Szenarien, die dann heißen, was dann? Das eine ist, Exit von Brexit, da haben wir auch drüber gesprochen. Großbritannien sagt, okay, wir ziehen unseren Antrag auf Artikel 50 zurück. Ja, wir ziehen sozusagen unseren Brexit zurück. Und da ist unstrittig, das würde funktionieren. Aber danach, nach dieser Option sieht es momentan nicht aus. Die zweite Option ist, man könnte den Artikel 50 verschieben, sozusagen diesen Austritt am 29.03. nach hinten verschieben, um eine bestimmte Zeit. Das ist technisch durchaus möglich. Problem ist, es müssen alle, also Großbritannien, aber auch alle anderen EU-Staaten dem zustimmen. Und die EU hat schon angedeutet, würden wir wohl machen, aber eigentlich nur, wenn ihr in dieser Zeit ein zweites Referendum abhaltet. Also wir machen diese Verschiebung nur, wenn es da wirklich nicht, damit wir jetzt nochmal über diesen Vertrag verhandeln. Genau, denn das ist nämlich, das ist ja im Grunde so hinter vorgehaltener Hand immer das Kalkül von Theresa May gewesen. Wenn das Ganze jetzt nur hoch genug kocht, dann wird man schon irgendwie noch weitere Zugeständnisse in Brüssel raushandeln können. Und da muss man halt einfach sehen, Brüssel sagt, wie ein Mann und eine Frau, nein. Wird nicht passieren. Also das Wahrscheinlichste momentan ist, es wird halt bis zum 29.03. also wir werden es ablehnen und es wird bis zum 29.03. keinen Deal geben. Das heißt, wir würden am 29. einfach aus der EU rausfallen. Haben wir auch schon oft drüber geredet. Es gibt Zollschranken, es gibt große Staus. Pipapo, dieser ehemalige Brexit-Minister, der zurückgetreten ist, hat im Spiegel gesagt, ja, maybe, but don't panic. Das wird sich alles zurechtrütteln. Mag sein. Es kamen jetzt noch ein paar Fragen auch von Hörer und Hörerin. Was ist denn, was hat es denn da mit diesem ganzen parlamentarischen Geplänkel jetzt auf sich, was in den letzten ein, zwei Wochen stattgefunden hat? Da hat es so verschiedene Abstimmungen gegeben, die dann alle als Niederlage für May gewertet wurden. Das kann man inhaltlich, kann man das relativ knapp zusammenfassen. Es wurde sozusagen abgestimmt über ein Gesetz und über einen Anhang an ein Gesetz. Und dieses Gesetz sagte im Kern oder da wollte die Regierung im Kern mithaben, ja, wenn wir aus dem Brexit mit keinem Deal, wenn wir aus der EU mit keinem Deal austreten, dann wollen wir irgendwie sicherstellen, dass unsere bestimmten Steuervorschriften irgendwie so bleiben, wie sie sind und dass wir da so weitermachen können. Und das Parlament hat halt abgestimmt, dass an dieses Gesetz ein Anhang gemacht wird, dass diese Steuervorschriften nur so bleiben können, wenn es irgendeine Art von Deal gibt. So, inhaltlich ist es ziemlich egal, das ist nicht völlig egal, aber es ist nicht wirklich relevant für diese ganze Geschichte. Das Interessante daran war, und das war auch der eigentliche Zweck dieser Abstimmung, zu zeigen, dass es im britischen Parlament eine große fraktionsübergreifende Koalition gibt von Parlamentariern, die No-Deal ablehnen. Die also von der Regierung verlangen, findet eine Lösung. Ja, und da muss man jetzt vielleicht einfach nochmal ganz kurz diese verschiedenen Strömungen auseinandersortieren. Es gibt eben im Parlament bislang keine Mehrheit für diesen Vertrag. Und es gibt auf der anderen Seite aber eine Mehrheit gegen ein No-Deal-Brexit. Und an dieser Stelle sieht man einfach, wie inkonsistent, wie diese Positionen sind, wie schlecht diese Gedanken eigentlich zueinander passen. Und ich glaube, das löst sich auf, wenn man dieses Referendum hinzunehmen, diese Volksabstimmung über den Brexit aus dem Jahr 2016. Es gibt, das haben wir ja auch mit unserer Interviewpartnerin vor ein paar Wochen besprochen, es gibt einfach ein ganz starkes Gefühl dafür, dass man irgendwie raus muss aus der EU, weil das Volk ja angeblich das so wollte. Auf der anderen Seite sieht man aber, dass ein No-Deal-Brexit eine ziemliche Katastrophe wäre. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel dafür, warum das mit der direkten Demokratie, jedenfalls wenn es um so komplexe Fragen geht wie EU, Ja oder Nein, einfach eine schlechte Idee ist. Also ich muss gestehen, als ich 16 und 18 war, habe ich immer gesagt, das ist eine Katastrophe in Deutschland, wir haben keine Volksabstimmung auf Bundesebene. Was ist denn das für eine Demokratie? Aber inzwischen, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich heilfroh, wenn ich mir solche Geschichten angucke. Denn man hat die Leute einfach nur in einer sehr emotionalisierten Situation gefragt, raus oder nicht raus. Man hat sie aber ja nicht gefragt, wie wollt ihr denn raus? Und das ist jetzt im Grunde das Schlamassel, in dem die Parlamentarier in Westminster stecken. Sie müssen diese Idee der Menschen in Großbritannien irgendwie umsetzen oder fühlen sich daran gebunden. Aber das, was die Leute eigentlich wollten, ja, diesen Wünsch dir was Brexit, den wird es eben nicht geben. Und jetzt muss man irgendwie versuchen, dieses Problem zu lösen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich wäre die konsequente Marschroute, wenn man diese Mehrheiten, die du gerade geschildert hast, Philipp, wenn man die mal zusammen nimmt, zu sagen, man nimmt den Artikel 50 zurück und man stellt dann diesen Brexit-Deal, den es gibt. Das ist ja quasi das höchste Angebot der EU, stellt man zur Volksabstimmung. Und dann sieht man nämlich, wollen die Leute tatsächlich auch dann noch raus, wenn es keinen Wünsch dir was Brexit gibt, sondern wenn es einen Brexit gibt mit diesem Deal, den Theresa May ausgehandelt hat. Das wäre aus meiner Sicht dann eine ehrliche und faire Volksabstimmung, nicht irgendwelche Lügengeschichten, gesponsert von irgendwelchen Facebook-Kampagnen, sondern eine ehrliche Abstimmung über einen konkreten Deal, wo man dann weiß, das kommt aber raus. Da gebe ich dir recht zwei Sachen dazu. Das eine ist, aufgrund dieser Art, wie diese direkte Demokratie in dem Fall abgelaufen ist, sitzen wir jetzt in diesem Dilemma, dass es keine gute Lösung gibt. Die Entscheidung, blind zu befolgen, ist unvernünftig. Nochmal abstimmen zu lassen, ist auch nicht gut, weil du hast ja schon einmal abstimmen lassen. Nein. Ich weiß das Argument, es ist eine neue Situation und trotzdem macht man sich angreifbar, dass wir im Kern über die eine Frage nochmal abstimmen, auch wenn wir jetzt mehr wissen, auch wenn die Diskussion viel weiter geraten ist. Aber es gibt dieses Argument, wir können über die Frage nicht so lange abstimmen lassen, bis das Ergebnis euch passt. Das ist ja auch nicht so. Das ist ja auch nicht so. Aber ich finde, da sitzt man in diesem Dilemma. Und der zweite Punkt ist, ich habe kürzlich mit einer Schweizer Philosophin über diese Frage gesprochen und sie gefragt, wie sie das denn sieht, ob halt direkte Demokratie ein, sagen wir mal, immer so populistische Ergebnisse hervorbringt. Und sie nach ihrer Erfahrung in der Schweiz gefragt. Und jetzt hat es in der Schweiz natürlich auch, sagen wir mal, sehr, ich würde sagen, menschenfeindliche und isozialistische, was weiß ich meine. Isolatistisch. Genau. Ich hatte mir das nicht aufgeschrieben, deswegen vielmehr das auszusprechen. Also Abstimmung gegeben. Aber ihr Argument ist, wenn man das richtig strickt, wenn man die Menschen halt öfter abstimmen lässt, zu konkreten Fragen, staut sich nicht so viel Frust auf, der sich in Großbritannien in dieser Brexit-Abstimmung entladen hat. Also da wäre das Argument, direkte Demokratie, richtig gemacht, oft von unten initiiert, gut formuliert, eine Gesellschaft lernt das, damit umzugehen. Das ist, glaube ich, ein Teil der demokratischen Kultur. So, ja, kann man das vernünftig organisieren. In dem Fall wurden sie halt nie gefragt, ja, dieses britische Wahlsystem ist ja auch so ein bisschen the winner takes it all und so. Und da sind Minderheiten, kommen da eh ein bisschen zu kurz. Und wenn du dann fragst, jetzt könnt ihr über den Brexit abstimmen, dann haben wir das, was wir da jetzt haben. Ja, dann kommt einfach so eine Art populistische Outbreak irgendwie. Also ich finde, ich finde aber dieses Argument, man kann nicht so oft abstimmen lassen, bis es einem das Ergebnis passt, abstrakt zutreffend. Aber ich finde, es kennzeichnet eben gerade nicht diese Brexit-Situation, denn das Brexit-Votum betrifft, wir wollen da raus. Aber keiner wusste so richtig, wie. Und dann hat Theresa May in Brüssel ja ehrlich verhandelt. Man kann ja nicht sagen, dass sie so eine Art Fake-Verhandlung geführt hat, nach dem Motto, ich zeige euch jetzt mal, dass das mit dem Brexit eine doofe Idee ist. Im Gegenteil, sie wollte ja, aus unerfindlichen Gründen, aber sie wollte ja diesen Brexit zum Erfolg führen oder jedenfalls zum relativen Erfolg. Wobei sie erst für Remain war. Ja, aber nachdem die Abstimmung so ausgefahren war, war sie doch quasi die 150-prozentige Brexit-Befürworterin. Habe gesagt, okay, ist mir jetzt alles scheißegal, wie die Argumente dafür oder dagegen sind. Jetzt ist es so, wir ziehen das jetzt durch. Und ich glaube, einen besseren Deal, als Theresa May ausgehandelt hat, wird es nicht geben. Okay, also das heißt, ich gebe dir im Kern recht, dass das eine neue Lage ist mit einer neuen Diskussion. Und ein neuer Fall sozusagen, über den man jetzt abstimmen würde. Es ist, glaube ich, völlig offen, was passiert. Wir können nur gespannt auf nächsten Dienstag gucken und vorm Livestream hängen und mal sehen, was passiert. Aber ich finde die Situation gar nicht so schlimm. Es gibt jetzt immerhin einen Ausweg, der, finde ich, entweder zu einem vernünftigen Brexit führt oder eben zu einem gar nicht Brexit. Nämlich der Artikel 50 canceln. Oder verschieben, aber besser canceln, weil es einfacher ist. Verschieben ist, da tickt immer so die Uhr. Das ist auch nicht so eine richtig schöne Idee, finde ich. Sondern einfach canceln und dann Brexit aushandeln. Denn der Witz ist ja, dieser Brexit-Deal ist ja auch noch nicht fertig verhandelt. In dem Brexit-Deal steht ja wiederum auch drin, dass ganz viele Dinge erst mal zwei Jahre auf Eis gelegt werden. Oder knapp zwei Jahre bis Ende 2021, nee, 20, bis Ende 2020. Und in dieser Zeit viele Dinge noch ausverhandelt werden sollen. Also eigentlich ist die konsequente Lösung zu sagen, Artikel 50 canceln, dann diese offenen Fragen im Brexit-Deal erst mal fertig verhandeln. Also ein Handelsabkommen. Also einen wirklichen Brexit-Deal, der auch nicht nur Dinge auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschiebt, sondern einen echten Deal, wo dann auch alles klar ist. Und diesen Deal dann noch mal zur Abstimmung stellen, ohne den Zeitdruck der Artikel 50 Fristen. Und dann kann man nämlich sehen, was passiert. Das finde ich gut. Das machen wir so. Damit es keinen, machen wir so, oder? Ja, machen wir so. Diesmal brauchen wir nicht mehr abstimmen. Ruft mal einer bei Theresa May an, wir haben das Problem gelöst. Genau. Vielleicht kann sie ja Deutsch ein bisschen. So, genau. Wir haben noch einen Patienten, den wir ein bisschen beraten müssen. Der sitzt in Washington. Der ist gerade im, der ist gerade, den müssen wir erst mal den Puls kühlen. Der ist gerade im Rage-Mode. Also was bei Trump ja. Hatte eigentlich Donald Trump einen Rage-Account auf Twitter? Oder ist das der Real Donald Trump? Der Real Donald Trump. Also ich habe das so, ich habe das so verstanden. Das war jetzt leider Gottes ein bisschen so ein Nerd-Insider. Also in der Frühphase der breiten Twitter-Nutzung in Deutschland, was so zeitlich zusammenfällt mit der Hochphase der Piraten-Nutzung in Deutschland, da war es irgendwann Mode geworden, dass man sich neben seinem offiziellen, offenen Twitter-Account einen zweiten Twitter-Account zulicht, den man dann quasi auf privat einstellt. Dann können nämlich nicht alle öffentlich die Tweets lesen, sondern nur die 500 engsten Freunde, die man halt freigeschaltet hat. Und da gab es dann irgendwann in der Piratenpartei diese Kultur, dass man die wahren Politdebatten in den Rage-Accounts geführt hat. Okay, also das hat Donald Trump gecancelt. Das hat er einfach in der Öffentlichkeit gemacht. Streamline your life. Genau, also er hat jetzt, er hat natürlich auch ein bisschen Grund, sich, sagen wir mal, zu erregen, würde ich mal sagen. Es gibt auch ein bisschen Material. Die New York Times hat geschrieben, dass das FBI nicht nur, also die New York Times hat enthüllt, dass der FBI hat gegen ihn strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Das wussten wir ja schon relativ lange. Das ist Teil dieser Müller-Ermittlung wegen Behinderung der Justiz, weil er halt seinen FBI-Chef entlassen hat und gesagt hat, ja, das hing zusammen, weil er in Sachen Russland ermittelt hat und das wollte ich alles nicht mehr. So, da wurde sozusagen strafrechtlich gegen ihn ermittelt. Das wusste man. Aber was man noch nicht wusste, ist, dass das FBI, die haben ja auch eine, wer The Americans guckt, weiß das, eine Counter-Intelligence-Abteilung, die sozusagen Gegenspionage-Ermittlungen macht. Die führen dann in der Regel nicht zu Strafverfahren und zu Verhaftungen, sondern die sind eher so dazu da, um Sachen mal aufzuklären. Was machen denn so fremde Dienste bei uns im Land? Und dann mal zu gucken, was machen wir denn damit? Und da hat die New York Times also auch enthüllt, dass das FBI solche Ermittlungen auch aufgenommen hat, einfach zu gucken, ob der amerikanische Präsident nicht im Auftrag von oder unter dem Einfluss von Russland handelt. Was ich auch eine interessante Ermittlungsstrategie oder These finde für das FBI im Blick auf den amerikanischen Präsidenten. Dann kam redschnell die Müller-Ermittlung und der hat das dann übernommen. Es ist so ein bisschen unklar, ob der jetzt immer noch wegen Spionage-Verdacht gegen den amerikanischen Präsidenten ermittelt. Aber das hat also Trump aufgeregt. Er twittert noch mehr als sonst. Wir warten mal ab, wohin das führt. Der zweite Punkt, den wir hier aber ansprechen sollten, ist und der wahrscheinlich nicht ganz losgelöst sein kann und da kann man nur hoffen, dass es sich dann auch wieder beruhigt, um in dieser Sache nüchtern zu entscheiden. Das ist ja der von uns auch schon angesprochene Haushaltsnotstand, dass sozusagen diese Gelder nicht freigegeben werden und 800.000 Leute irgendwie ohne Bezahlung da sitzen. Und es geht also wie immer um diese Mauer. Also Trump will eine Mauer für 5,7 Milliarden und die Demokraten, die im Repräsentantenhaus jetzt die Mehrheit haben und dem zustimmen müssen, sagen, nein, geben wir nicht. Wir geben ein bisschen weniger für Grenzsicherung, aber nicht 5,7 Milliarden und hat Trump eine Ansprache gehalten, die auch sehr feurig war und wieder diese Angst geschürt hat vor der Kriminalität und den Drogen, die da über die mexikanische Grenze kommen. Was aber dann daran interessant ist, ist, dass er hinterher erwogen hat, den nationalen Notstand auszurufen. Und ich finde, da sollten wir mal einen Blick drauf werfen. Also das Parlament entscheidet nicht so, wie er das möchte und Trump sagt… Das ist ja allein schon ein Notstandsfall. So, ja. Diese Demokratie funktioniert einfach nicht. Du meinst, es ist nur konsequent, dass er dann auch den Notstand offiziell ausmacht. Die stimmen nicht zu. Da funktioniert doch irgendwas nicht. Ja. Ja. Draining the swamp. Und das fand ich ganz interessant, weil auch da der Verweis, die Quelle ist dieser Washington Post Podcast Can He Do That? Und wie gesagt, diese Frage ist in diesem Fall durchaus… Der heißt wirklich so, der Partner. Ja, genau. Der heißt wirklich so, das ist kein Witz. Ich finde, der hatte zwischenzeitlich, am Anfang waren die alle so da, als sie den ins Leben gerufen haben, war jeden Tag so ein Ding, wo wirklich diese Frage berechtigt war, Can He Do That? Und das ist jetzt hier wieder mal so ein Ding, wo die Frage berechtigt ist, Can He Do That? Und it turns out, yes he can und auf erschreckend einfache Art. Also er kann diesen nationalen Notstand einfach mehr oder weniger ohne konkrete Kriterien beschließen mit einer Unterschrift. Der Kongress kann das nicht, kann da nicht wirklich kontrollieren, sondern er kann nur alle sechs Monate Berichte verlangen und wenn er den nationalen Notstand verhängt, dann stehen ihm 136 Notstandsgesetze zur Verfügung, 136, von denen er 96 quasi alleine in Kraft setzen kann. Das sind dann so Sachen wie, er kann die Agrarexporte kontrollieren, er kann den öffentlichen Transportverkehr kontrollieren, also das ist sehr, sehr weit rein. Er kann Medikamente in den Umlauf bringen, ohne dass die von einer FDA sozusagen getestet und approved sind. Das macht alles irgendwie noch Sinn, wenn halt irgendeine Pandemie oder sowas ausbricht, aber das sind sozusagen sehr, 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 sehr weitreichende Rechte und die dauern erstmal für ein Jahr, wenn er sich in eine Kraft setzt. Er kann sie aber mit derselben Unterschrift um ein Jahr verlängern, um wieder ein Jahr verlängern, um wieder ein Jahr verlängern, um wieder ein Jahr verlängern und was ich dann interessant fand ist, die USA leben aktuell schon unter mehreren Notstandsgesetzen und Zuständen. Also es gibt sozusagen aktuelle Notstände, der 9-11-Notstand dauert noch an, wurde auch mehrmals schon gebraucht, da kann er irgendwie Piloten, hat er einberufen für den Irakkrieg, basierend auf diesen Notstandsgesetzen, die für 9-11 entworfen wurden. Die Notstandsgesetze, die erlassen wurden, als in der amerikanischen Botschaft in Iran Geiseln genommen wurden, 1979, sind immer noch in Kraft. Ich meine, das war nun wirklich eine Krise, das muss man ja schon zugestehen. Das war schon eine Krise, aber die Frage ist halt, es stellt sich sozusagen raus, er kann eigentlich alles Mögliche zum Notstand erklären, mehr oder weniger im Alleingang, hat eine sehr weitreichende Macht, die vom Kongress eigentlich nicht kontrolliert werden kann, sondern es müssen nur Berichte geschrieben werden, da finden sich auch die Letzte aus dem Jahr 2003, seitdem sind da irgendwie keine Berichte mehr zu finden. Missbrauch hat es an mehreren Ecken gegeben, also es wurden sozusagen Notstandsgesetze aus dem einen Fall für andere Fälle missbraucht. Was ich aber an diesem Fall so dramatisch finde, ist, natürlich gibt es Notstände, natürlich war 9-11 ein Notstand und natürlich war Teheran Geisel nahm ein Notstand und natürlich kann man argumentieren, dass ein Staat, eine Exekutive unter bestimmten Voraussetzungen in der Lage sein muss, schnell zu handeln. Und Gewaltenteilung, so gut wir das alle finden, ist halt manchmal zäh, dauert manchmal lange und da kann es unter bestimmten Umständen gerechtfertigt sein zu sagen, wir schalten diese Gewaltenteilung zumindest teilweise ab und der Präsident, die Exekutive kann bestimmte Sachen jetzt einfach mal so entscheiden. Der Punkt hier ist, dass es das Kernrecht des Parlaments betrifft, das hier zum Notstand degradiert wird. Nämlich das Kernrecht des Parlaments ist in jeder Demokratie der Welt das Budgetrecht zu entscheiden, für was geben wir Geld aus. Aber wird denn das in diesem Fall wirklich ausgehebelt? Also ist es denn tatsächlich so, dass man da, dass er quasi mit Notstandsvollmachten Steuergeplätze erlassen kann? Genau, das ist die große Frage, das ist nicht ganz klar, da gibt es wie immer, das ist natürlich, hat es so noch gegeben, so wie ich das verstanden habe und das ist ein neuer Fall und da gibt es Stimmen, die sagen, ja kann er, es gibt Stimmen, die sagen, kann er nicht. Das wird dann wahrscheinlich vor Gerichten enden und so, das ist unklar, aber ich fand es interessant, auf dieses Mindset mal hinzuweisen. Ja, das finde ich auch interessant. Ich glaube, da muss man sich so ein bisschen so das amerikanische Regierungsverständnis vorstellen. Checks and Balances, natürlich fallen so ein paar quasi Gegengewichte im politischen Spiel weg, wenn der Präsident mehr exekutive Vollmachten hat, aber der Spielraum des Präsidenten ist sowieso relativ weit in den Vereinigten Staaten und in vielerlei Hinsicht weiter, als man das so von der deutschen Verwaltung kennt und es gibt eine ganz umfangreiche Diskussion in den Vereinigten Staaten darüber, wie weit diese exekutiven Vollmachten reichen und eine starke Strömung, gerade so bei den Republikanern oder bei konservativen Juristen geht eher in die Richtung zu sagen, der Präsident darf noch eine ganze Menge mehr. Mit anderen Worten, das klingt jetzt aus deutscher Sicht total krass, wir haben natürlich auch alle so die Erfahrung des Ermächtigungsgesetzes vor Augen, also quasi der scheinlegalen verfassungsrechtlichen Basis für die Diktatur der Nazis und deswegen wirkt das auf uns alles ganz furchtbar, aber wie gesagt, natürlich haben die USA Checks Balances und eine Gewaltenteilung, aber die Exekutive ist da ohnehin stärker und außerdem vertraut man im Zweifel drauf, dass es der Supreme Court schon richten wird, aber da muss man natürlich sehen, gibt es jetzt insofern ein großes Problem als Donald Trump den Supreme Court, also den obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, der da eben auch Verfassungsgericht ist, ja in den letzten Jahren eben gefüllt hat mit zwei neuen sehr konservativen Richtern, die eben beide auch sehr dezidiert dafür eintreten, dass der Präsident mehr Vollmachten haben soll, also die werden im Zweifel seine Notstandsvollmachten wahrscheinlich eher nicht beschränkt. Haben wir denn in Deutschland sowas? Ja, ja klar, es gibt die Notstandsgesetze, ja, die sind ja in den späten 60er Jahren. Die gelten noch, also von Willy Brandt oder was, die gelten noch? Ich weiß gar nicht, wer der Bundeskanzler war da, aber nee, da war noch nicht Willy Brandt, das war noch, das war die große Koalition, da war glaube ich Ludwig Erhard Bundeskanzler, das müsste man nochmal googeln, aber jedenfalls Ende der 60er Jahre in der großen Koalition, also unmittelbar bevor dann eben wieder die Brandt Bundeskanzler wurde, haben SPD und CDU gemeinsam eine Notstandsverfassung für Deutschland durchs Parlament gebracht, natürlich damals gegen erbitterten Widerstand der Opposition, weil man eben befürchtet hat, das sei im Grunde so ein neues Ermächtigungsgesetz. Da gibt es also ja historische Fotos von diesen Demos im Bonner Hofgarten, wo also Hunderttausende von Menschen in dieser doch sehr beschaulichen Stadt demonstriert haben, um die Notstandsgesetze zu verhindern. Erfreulicherweise sind die ja in Deutschland noch nie zur Anwendung gekommen. Aber die gibt es noch. Sind nach wie vor Teil des Grundgesetzes, die Notstandsverfassung ist Teil des Grundgesetzes, aber diese Karte wurde bislang noch nie gezogen, einfach weil offensichtlich auch die normalen Vollmachten schon weitreichend genug sind. Wir haben ja hier unser Podium hier oft genutzt, um der Bundesregierung einen reinzuwürgen. Nö, das würde ich so nicht sehen. Wir haben, wie das der Job von Journalistinnen und Journalisten ist, kritisch begleitet, was die Bundesregierung sich so überlegt hat. Und das wollen wir auch weiterhin tun. Und zwar mit dem starke Familiengesetz. Das ist in mehrerer Hinsicht interessant. Also ich habe das, ich dachte, wir schreiben das hier mal rein. Schon die Überschrift ist ja einfach spannend. Genau, das ist zum Beispiel ein neuer Trend. Also, dass Gesetze Namen haben, mit denen wir was anfangen können. Genau. Das ist neu. Ja, vor allem Namen, mit denen wir was anfangen können. Also natürlich kann man auch mit einem Terrorismusbekämpfungsgesetz was anfangen. Aber ich finde einfach die Tendenz eine ganz andere. Starke Familiengesetz, das ist so ein bisschen wie Sonnenblumengesetz. Oder mehr Sonnenschein. Das Paradies für immer Gesetz. Genau, Candyland Law. Also ich finde das einfach schon sehr schön, weil es ja so ganz viele positive Assoziationen weckt. Starke Familien. Wobei auf den zweiten Blick ist es natürlich irgendwie auch Käse. Wie kann eine Familie eigentlich stark sein, Philipp? Was heißt das denn dann konkret? Sind sich dann alle Leute grün? Haben die dann viel Geld in der Tasche? Ja. Also so ganz weiß man es gar nicht. Aber das zum Beispiel ist ein ganz interessanter Punkt, weil ich nämlich dachte, okay, das ist jetzt ein Gesetz. Das hat übrigens das Parlament noch nicht verabschiedet. Das ist eine Idee der Familienministerin und die Regierung hat das beschlossen, im Sinne von beschlossen, wir wollen das in den Bundestag einbringen, damit der Bundestag darüber abstimmen kann. So, ob das so kommt, ist fraglich, aber irgendwas in der Art wird kommen. Aber es ist halt interessant und gerade was du sagst, als ich angefangen habe darüber zu recherchieren, was ist es denn jetzt eigentlich, bin ich da reingegangen und dachte, oh, hier geht es um eine ganz neue Finanzierung und Entwurf für Familien. Ja. Jetzt mal der große Wurf. Das große Ding. Jetzt wird alles gut. Und ich dachte, ah, gute, starke Familiengesetz, das klingt doch toll. So, und dann guckst du da rein und dann geht es im Kern, geht es um den Kinderzuschlag. Das ist eigentlich das, worum es da geht. Und der Kinderzuschlag ist halt ein Zuschlag, den Familien bekommen, die so wenig verdienen, dass sie, sagen wir mal, normalerweise Hartz IV bekommen würden, weil eben das Einkommen der Eltern dafür nicht ausreicht und sie sozusagen in Hartz IV rutschen würden, weil sie eben diese Kinder haben. So, das reicht halt für die Eltern vielleicht aus, aber für die Kinder würde es nicht ausreichen, deswegen rutschen sie in Hartz IV und deswegen können sie einen Kinderzuschlag bekommen. So, der war bisher 170 Euro im Monat und künftig wird er 185 Euro im Monat. Endlich starke Familien in Deutschland. So. 15 Euro for the rescue. So, da muss man sagen, für Familien, die wenig Geld haben, sind 15 Euro im Monat, können einen Unterschied machen. Das glaube ich auch. Ein Unterschied macht das mit Sicherheit, das glaube ich auch. So, außerdem wird der Zugang zu diesem Kinderzuschlag gelockert. Eigentlich, sagen wir mal, genau, also das ist ein bisschen kompliziert, man kommt da einfach ran. Das war ein bisschen kompliziert, dass du deinen Hartz IV, dass es so eine harte Grenze gab und so. Also, das fällt weg, du bekommst da einfach, du bekommst einfacher diese Leistung, also weniger Bürokratie und andere Einkommensquellen werden, andere Einnahmenquellen werden auch nicht mehr so streng damit verrechnet und so. Also, das wird alles ein bisschen einfacher, das ist gut. Der zweite Punkt ist, das sogenannte Bildungs- und Teilnahme, Teilhabe heißt das Paket, Bildungs- und Teilhabepaket, das war noch bevor sie vernünftige oder blumige Namen für ihre Gesetze gegeben haben, das wird reformiert, auch das ist eigentlich. Das wirst du ja eigentlich jetzt glückliche Kindergesetz sein. Genau, das wird es demnächst vielleicht scheinlich auch umgenannt, ja. Also, das ist eigentlich auch eine gute Sache, das heißt im Kern, Familien mit kleinen Einkommen, also die Hartz IV bekommen, Sozialhilfe, Asylleistung, Wohngeld oder den Kinderzuschlag, der eben erwähnt wurde, Familien, die das bekommen, die können zusätzlich pro Schuljahr Geld bekommen für ihre Kinder, also Ranzen, Schulessen, Schulmaterial, dafür können die einmal im Jahr Geld bekommen. Ja, aber da muss man natürlich sagen, Philipp, ganz ehrlich, also diese Regelung haben wir ja in der Lage auch schon mal besprochen und die haben wir ja auch schon hart kritisiert, denn die Grundidee dieser Regelung ist, wir wollen zwar theoretisch den Kindern helfen, aber wir trauen den Eltern keinen Millimeter über den Weg. Wir glauben, die Eltern werden jeden Cent in Bier investieren, ja, das ist so dieses Stereotyp, der dahinter steht. Wir glauben einfach nicht, dass das Geld wirklich den Kindern zugute kommt und deswegen haben wir da eine extrem komplexe Verwaltung installiert, die dafür sorgt, dass die Eltern also 47 Formulare ausfüllen müssen, bis sie dann tatsächlich mal möglicherweise dieses Geld tatsächlich in Anspruch nehmen und deswegen kritisieren ja auch viele Sozialverbände, dass das Geld nicht ankommt, dass das Verfahren viel zu komplex ist. Eltern und Verwaltung finden das Verfahren furchtbar, ich habe das auch schon von Verwaltungsmitarbeitern gehört und in der Konsequenz jedenfalls etwa 800.000 Eltern, so Schätzungen, Kinder hätten Anspruch auf diese Leistung, aber nur ein gutes Viertel davon, nämlich 250.000 bekommen, das mit anderen Worten, das ist einfach, finde ich, eine demütigende Regelung für Eltern, die ohnehin schon in schwierigen sozialen Verhältnissen sind. So, das soll jetzt geändert werden, das ist der Status, den du eben beschrieben hast, ja, das haben wir auch kritisiert. Jetzt mit dieser neuen Änderung wird es halt statt 100 Euro pro Schuljahr pro Kind 150 Euro geben. Gut, ja, es sollen statt 800.000 Kinder eben zwei Millionen berechtigt sein, weil der Zugang ein bisschen einfacher wird. Auch Nachhilfe, sowas, das sind so Detailregeln, aber die sind schon ganz interessant, dass Nachhilfe bisher erst gewährt wurde für Kinder, die eigentlich schon quasi sitzen geblieben sind, wo das dann wirklich schon im Brunnen gefallen war. Das kann jetzt schon vorher beantragt werden, also wenn sich sozusagen Schwächen da andeuten, dann kann halt Nachhilfe davon auch schon bezahlt werden. Aber Philipp, muss es denn wirklich dieses Antragswesen sein? Ich muss ganz ehrlich sagen, du hast ja recht, es wird jetzt ja ein bisschen besser, aber muss denn das wirklich sein, wenn man sich das mal überlegt, um welche vergleichsweise kleinen Summen es eigentlich geht und welche unfassbaren Verwaltungsaufwände diese Verwaltung des Geldes wiederum mit sich bringt? Ich bin zugenermaßen natürlich kein Verwaltungswissenschaftler, ich kann das nicht genau ausrechnen, wie viel Geld das kostet, aber wenn ich hier so lese, es geht um 100 oder 150 Euro, ich möchte echt nicht wissen, ob da nicht 50 Euro nochmal Verwaltungskosten aufkommt. Also die Arbeiterwohlfahrt hat das für den Status heute berechnet und die sagen, es gibt bis 30 Prozent Verwaltungskosten. Muss ich mal überlegen, von den 100 Euro, die für die Kinder gedacht sind, gehen weiter oder da drauf muss man noch 30 Euro rechnen, die in der Verwaltung verbrannt werden, das ist doch verrückt. Und diese Kosten für das, was da jetzt geplant ist, sollen in den nächsten zweieinhalb Jahren so 1,5 Milliarden Euro sein. Aber jetzt mal ein nächster Punkt, warum macht man das denn nicht pragmatisch? Denn eigentlich ist es doch so, dass die Leistungen der sogenannten Grundsicherung, Stichwort Hartz IV, ja so berechnet werden, dass man so einen bestimmten Korb nimmt an Lebensmitteln, an anderen Dingen, die man halt so braucht zum Existenzminimum, dass man dann ausrechnet, was das so alles kostet und das eben monatlich gibt. Da gibt es auch viel Kritik an den Berechnungsmethoden, weil da wirklich, sagen wir mal, so eine ganze Reihe von Härten drin sind, aber jedenfalls im Prinzip funktioniert das so. Und wenn man doch jetzt davon ausgeht, dass es einfach bei den meisten Kindern nicht reicht mit diesem Geld, sodass sie eben noch ergänzende Leistungen bekommen müssen, dann frage ich mich, wieso erhöht man nicht einfach den Satz für Kinder um diese 100 Euro und fertig und spart die 30 Euro Verwaltungskosten. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist noch ein bisschen radikal. Das ist eine jährliche Leistung. Man könnte also diese 150 Euro durch zwölf Monate teilen und dann ist das irgendwie noch nicht mal 20 Euro im Monat. Das kann doch nicht so schlimm sein, die Leistungen für Kinder um knapp 20 Euro anzuheben. Das ist eine Möglichkeit, wie gesagt, es gibt noch eine Alternative und die ist ein bisschen radikaler, die halt so paritätischer Wohlfahrtsverband und sowas vertreten und das ist so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen für Kinder. Also das heißt immer Kindergrundsicherung ist so das Stichwort. Da ist die Idee und die finde ich halt auch eigentlich überzeugend, jedes Kind kriegt im Monat 600 Euro oder 500 Euro oder so. Und davon kann halt ein Kind, muss man halt irgendwie gucken, ob man das realistisch berechnet, aber 600 Euro ist immer so ein Ding, dieses Paritätische Wohlfahrtsverband hat das genannt. So das ist halt so pro Monat, was halt so ein Kind braucht für Essen, Schule, Musik, Unterricht, Nachhilfe, Pipapo, so um so ein Kind vernünftig da großzuziehen. Und da glaube ich, der Grund ist, warum das nicht gemacht wird, ist, dass die versaufen das alle nur Verdacht. Also ich finde das wirklich bitter. Ich meine, natürlich gibt es auch Menschen, die Hartz IV beziehen und ein bisschen viel Alkohol trinken. Das kann man ja nicht bestreiten. Aber ich bin mir noch nicht mal sicher, dass das irgendwie wahrscheinlicher ist als im Rest der Bevölkerung, wenn ich mir anschaue, wie viele alkoholabhängige Journalisten es zum Beispiel gibt. Ja, es war gar nicht als Witz gemeint, das ist die traurige Wahrheit. Das habe ich gemerkt, dass du das nicht als Witz meinst. Ja, gut. Ist doch so, Philipp, oder? Ich meine, du bist ja näher dran jetzt. Ich bin ja kein Journalist. Wir trinken hier übrigens Cola ohne Schuhe. Da steht New Cola drauf. Ups. Gut. Die ist übrigens richtig gut. Schöne Grüße an die Wagner-Breu. Oh, das ist werbefrei hier. Ach so, sorry, stimmt. Da haben wir jetzt aber auch kein Geld. Muss man schneiden für die Plus-Folge. Gut, nächstes Thema. Nächstes Thema, genau. Und zwar auch noch wieder so ein schönes Gesetz, was aber schon gilt und das ist aber trotzdem aus mehreren Gründen interessant. Es geht um das, schöner Name, Entgelt-Transparenz-Gesetz. Genau. Und das könnte man auch so ein bisschen Etikettenschwindel-Gesetz nennen, denn nach allem, was man so hört, funktioniert es nicht, Philipp. Es funktioniert nicht. Also die Idee ist wie immer gut. Was heißt wie immer? Aber oft, wie oft. In aller Regel. In aller Regel. Wollen Sie schon das gut. Genau. jenseits der 20 Prozent. 21 Prozent. So 21 Prozent. Das ist natürlich aber, naja, ist halt schmutzig, unbereinigt, weil es natürlich besondere Faktoren gibt, die dazu führen, dass Frauen weniger verdienen. Insbesondere Teilzeit, kriegen Kinder etc. Da gibt es also eine ganze Menge Gründe und wenn man das sozusagen versucht rauszurechnen, dann landet man aber immer noch bei sechs Prozent, sagt das Statistische Bundesamt, die Frauen weniger verdienen als Männer für gleiche oder gleichwertige Arbeit. Und dann hat die Bundesregierung letztes Jahr 2018 im Frühjahr ein Gesetz verabschiedet, das Entgelt-Transparenz-Gesetz und der Bundestag hat das auch verabschiedet, deswegen gilt es heute und das sollte im Kern diese ungleiche Bezahlung beenden. Einige wollten das in der damaligen Koalition, einige wollten diese ungleiche Bezahlung beenden, andere wollten das, behaupte ich mal, eigentlich nicht und haben deswegen gesagt, wir machen eben kein Gesetz gegen ungleiche Entlohnung, sondern wir machen nur ein Transparenzgesetz und auch das hat eine ganze Menge Fußangeln, die dazu führen, dass das mit der Transparenz etwas schwierig fällt, denn die grundsätzliche Idee ist vielleicht gar nicht schlecht, aber ob das dann wirklich so gut funktioniert, ist eine ganz andere Frage, aber vielleicht schauen wir uns erstmal an, was denn passiert, wenn dieses Gesetz tatsächlich dazu führt, dass es ein Problem gibt. Genau, also um das zu beenden, wurden sozusagen die Unternehmen in drei Kategorien geteilt. Das eine sind erstmal alle Unternehmen, also für alle Unternehmen gilt laut dem Gesetz, ihr müsst was dagegen tun, gegen diese ungleiche Bezahlung. Aber was dagegen zu tun ist, das ist eben offen, ich habe darüber gesprochen mit Helge Baumann, der hat das für diese gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung erforscht und der sagt zu dieser Frage, ja was müssen die da eigentlich tun? Der Arbeitgeber hat dann Maßnahmen zu ergreifen, den Mitstand zu beheben. Das ist die vage Formulierung. Wie und wann das dann genau zu geschehen hat, ist nicht formuliert und dann auch eben nicht sanktioniert. So, das ist das Problem. Also du hast sozusagen bei ganz vielen Unternehmen, du sollst was machen, aber es ist nicht gesagt was und wenn du es nicht machst, passiert auch nichts. Aber gut, ich meine, es ist ja in ganz vielen Lebensbereichen so, dass man sich an die Regelung erstmal so langsam rantastet und das finde ich im Grunde als Regelungsmodell auch ganz gut, dass man nicht gleich mit dem großen Hammer draufkloppt, sondern dass man sagt, bevor wir jetzt entscheiden, ob es Sanktionen gibt zum Beispiel, fangen wir an erstmal Regelungen zu schaffen, die mehr Transparenz schaffen. Ja, also es möglich machen, überhaupt zu schauen, hat ein Unternehmen ein Problem oder nicht und dazu sind die Unternehmen auch in verschiedene Kategorien eingeteilt worden, also kleine Unternehmen, kleine und mittlere mit bis zu 200 Mitarbeitern, bei denen ist in Sachen Transparenz nicht viel los. Nee, da ist nicht viel los und aber über 200 Mitarbeiter, also das vielleicht als Kontrast, hast du die Möglichkeit nachzufragen. Wie viel verdienen denn meine Kollegen, Kolleginnen des jeweils anderen Geschlechts im Durchschnitt für eine gleiche oder gleichwertige Arbeit? Kannst du nachfragen, hast das Recht. Dieses Recht hast du nicht in kleineren Unternehmen, da kannst du nachfragen, vielleicht antwortet dir jemand, aber es muss dir nicht jemand antworten. Und mit mehr als 200 Mitarbeitern kannst du nachfragen und die Idee ist, dass man halt mal eine Füge dafür kriegt, wie ist denn das so mit der Einkommensverteilung? Und dann gibt es sozusagen die dritte Kategorie, sind Unternehmen mit in der Regel mehr als 500 Mitarbeitern, da kannst du auch nachfragen, das gilt für die Kleineren, aber diese Unternehmen sind auch verpflichtet, einen statistisch validen Bericht anzufertigen, der Auskunft darüber gibt, wie ist denn das Gehaltsgefüge, wie ist denn speziell die Verteilung zwischen Männern und Frauen, die Bezahlung in diesem Betrieb. So, jetzt, und das ist der Anlass, worum wir hier drüber reden, gibt es zwei Studien, die haben sich sozusagen dieses Gesetz angeguckt und nach einem Jahr oder nach einem guten Jahr, wie wirkt es denn? Das eine ist diese sogenannte Personalleiterbefragung von Randstadt und IFO, also so ein Zeit, wie heißt das? Personaldienstleister. Personaldienstleister, danke Chat. Das ist wie bei einer Live-Geschichte, wenn der Chat uns hilft. Also Personaldienstleister, die haben halt auch… Publikumsjoker. Die haben halt Personalleiter befragt, wie sieht denn das bei euch aus und dann hat eben dieses Wirtschafts- und Sozialwissenschaftsinstitut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung Betriebsräte befragt, 2000 repräsentativ ausgewählt, Betriebsräte, weil die in diesem Gesetz halt so eine besondere Rolle haben, dass sich halt Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen an diese Betriebsräte wenden können und die sollen dann eben diese Auskunft holen und so weiter. Und diese Forscher wollten wissen, haben diese Unternehmen denn transparent mal gemacht, diese Gehälter, haben Unternehmen die Gehälter vielleicht angepasst, um eine gleiche Bezahlung herzustellen, gab es irgendwie überhaupt, haben überhaupt Beschäftigte mal Auskunft verlangt? Und die Antwort von diesen beiden Studien lautet auf alle drei Fragen mehr oder weniger nein. Und in den Worten von eben Helge Baumann vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung heißt das Fazit. Das Gesetz ist gut gemeint, aber verpufft weitgehend wirkungslos. Ja, das möchte ich über ein Gesetz, was ich erlassen würde, nicht unbedingt hören. Es ist aber auch ehrlich gesagt eine Pleite mit Ansage, ne? Ja. Ja klar, das war genau das, was damals gesagt wurde, als das Gesetz erlassen wurde. Ich kann mich noch genau an die Diskussionen erinnern. War das nicht sogar Katharina Barley, die das Gesetz damals... In die Tonne getreten an die... Nee, die das angeleiert hat. Angeleiert, ich meine sowas, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher. Also es hat... Guck mal ganz kurz nach. Also es hat eine einstellige Prozentzahl von Unternehmen überhaupt irgendwas geändert. 90 Prozent der Unternehmen haben gar nichts geändert. Und das hat vor allen Dingen mit drei Problemen zu tun. Das erste Problem ist, wir haben es schon angesprochen, es gibt keine Sanktionen. Unternehmen, die ungleich zahlen, die müssen nichts ändern und haben auch nichts zu ändern, sagt Helge Baumann. Es gibt im Grunde bisher keine wirksamen Sanktionen. Nur ein Beispiel. Wenn ein Beschäftigter sich beim Arbeitgeber erkundigt, wie viel verdienen denn meine Kollegen in vergleichbaren Tätigkeiten, dann hat der Arbeitgeber drei Monate Zeit, das zu beantworten. Nun, wenn er es nicht tut, dann muss er den Beschäftigten eben darüber informieren und das begründen. Aber das war es dann auch. So, ja, nee, machen wir nicht. Nö. Ja, so. Sie können ja auch das Unternehmen wechseln, wenn Ihnen das hier nicht passt. So, Problem Nummer zwei. Es gibt viel zu wenig Beschäftigte, die überhaupt nachfragen. Also je nach Berechnung, es gibt unterschiedliche Grundlagen. Aber so 10 bis 20, in 10 bis 20 Prozent aller Betriebe hat überhaupt mal mindestens einer nachgefragt. Ja, das sind eh nur die großen Betriebe und da hat mindestens einer nachgefragt. Und da gibt es halt jetzt zwei verschiedene Lesahnden, warum fragen so wenig nach. Der BDA, der Bundesverband Deutscher Arbeitgeber, also der Lobbyistenverband, der höchste der deutschen Arbeitgeber, der sagt, ja, told you so, kein Wunder, fragt niemand nach, weil das Problem nicht so groß ist, wie alle behaupten. Stichwort 6 Prozent Differenz. Ja, 6 Prozent. Die BDA sagt, der Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen liegt nicht bei 6, sondern bereinigt bei 2. Ich weiß nicht, wie die auf die Berechnung kommen, aber sie sagen 2. So, die Lösung. 6 durch 3 würde ich tippen. Mit dem Arbeitgeberbonus-Berechnet. Wir teilen alles durch 3. Unbereinigt sind es dann 7. Achso, weil? Na, 21 durch 3. Achso, okay, so schnell war ich jetzt nicht. Und die sagen, okay, anyway, wie du das immer, auf wie hoch der Unterschied ist, er ist da, keine Frage, aber die Lösung ist eben nicht, Transparenz herzustellen und die Arbeitgeber da irgendwie bürokratisch zu zwingen, das zu ändern, sondern sie sagen, wir brauchen mehr Kinderbetreuung, damit die Frauen halt auch mehr arbeiten und mehr verdienen können und wir brauchen halt eine Animation der Frauen, auch Karrierewege einzuschlagen, die gut bezahlt sind. Das ist sozusagen die Antwort und die Forscher von der Hans-Böckler-Stiftung und der Gewerkschafts-Nahme sagen, maybe, kann man sagen, ist auf jeden Fall gut, Kinderbetreuung verbessern, aber trotzdem sollten wir Transparenz darüber herstellen, wie viel Frauen und Männer in diesen Unternehmen verdienen. So, und das schließt sich sozusagen nicht aus und deswegen sagen, sie müssen wir Problem drei lösen, dass einfach viel, viel mehr Beschäftigte das Recht bekommen, nachzufragen. In diesen Unternehmen, in denen sie das Recht haben, da sind halt nur ein Drittel aller Beschäftigten in Deutschland drin erfasst. In diesen Unternehmen mit weniger als 200 Beschäftigten sind zwei Drittel der Deutschen mit quasi Beschäftigten drin und die haben das Recht nicht nachzufragen oder haben kein Recht nachzufragen und das muss man ändern. Ich habe beim Bundesfamilienministerium angerufen, weil ja in diesem Gesetz auch drin steht, es soll evaluiert werden, was ja an sich eine gute Idee ist. Wir verabschieden ein Gesetz, wo ein bisschen unklar ist, wie es wirkt, das ist ja eigentlich bei allen Gesetzen meistens ziemlich unklar und deswegen ist es eine gute Idee, reinzuschreiben, dieses Gesetz muss nach ein, anderthalb, zwei Jahren evaluiert werden, um zu gucken, ob es funktioniert oder nicht. Das Bundesfamilienministerium hat mir gesagt, Gesetz wird überprüft, Prüfbericht liegt Juli 2019, also halbes Jahr, legt es vor. Muss man mal abwarten. Muss man mal abwarten. Auf jeden Fall kleine Korrektur, es war nicht Katharina Barley, sondern es war Manuela Schwesig, die damals Familienministerin war und den Gesetzentwurf vorgelegt hat, Anfang oder irgendwann in 2016 war es vor. Okay, genau. Ich glaube, nee, im März 2017, genau, da wurde das bunt diskutiert. Bunt diskutiert und im Frühjahr 2018 wurde es beschlossen. Genau. Okay, dann haben wir das korrigiert und wir würden sagen, angesichts der Zeit. Genau. Und da haben wir auch noch Zuschauer. Wir haben noch ganz viel im Pad, aber das machen wir dann, das sind alles Sachen, die sind nicht so brandeinig, wir machen das an anderen. Genau, das sind eher so Fundamental-Opposition. Da geht es so um die Lage der Nation im Großen und Ganzen. Das machen wir jetzt jetzt mal. Nein, wir würden denken, für heute ist die Lage der Nation abschließend, umfassend und auch ausgesprochen lang erörtert und deswegen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit unseren Hörerinnen und Hörern draußen an den Empfangsgeräten. Wir danken euch hier in Hallstatt, dass ihr so zahlreich erschienen habt, dass ihr seid, dass ihr durchgehalten habt. Aber lauft nicht weg, oder? Lauft nicht weg, genau. Also noch kommt ihr nicht raus, tut uns furchtbar leid, jetzt kommt ja noch die Fragerunde. Darauf hast du dich schon gefreut. Darauf freue ich mich jedes Mal. Also, team at lagerdernation.org, wir gucken, was da eingegangen ist. Die kamen, jetzt haben wir auch schon. Und nach dem offiziellen Ende dieser Übertragungssendung beantworten wir die Fragen, die gibt es dann für alle Zuhörer im Plus. An dieser Stelle sagen wir, danke fürs Zuhören, winke, winke, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Applaus 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 Vielen Dank.